Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer ihr dieses wunderschöne Video, die guckt. Herzlich willkommen zurück im Leben von WalliWise PD99, heute am 28. März 2023. Diesen Monat ziehen wir übrigens mit dem Streamen richtig durch und wir sind heute schon wieder live. Es geht weiter, weiter, weiter. Diese Woche wird wieder richtig GTA gesuchtet, weil wir müssen haben viel zu tun, auch in den Departments und so weiter. Ich freue mich auf jeden Fall aber, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr hattet alle einen wunderschönen Tag. Gestern gab es einen Skandal. Wer gestern die Folge, den Stream, es lohnt sich immer bis zum Schluss des Streams dran zu bleiben, auch wenn ich schon Tschüss sage, weil es passieren manchmal im RP noch komische Sachen. Wer es gestern nicht gesehen hat, der sollte auf jeden Fall die letzte Folge nochmal angucken, vor allem das Ende. Da habe ich jemanden auf Richard Tade tappt. Ein Skandal. Ein Skandal. Tiddy, danke für 17 Monate und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr da seid. Herzlich willkommen und ja, guten Tag, guten Abend, guten Mittag, wann auch immer ihr eingeschaltet habt. So, wir sind jetzt mit Walli da und genau, wir müssen uns jetzt als erstes mal frische Kleidung anziehen. Duschenwahrer, der hat Zähne geputzt, der ist ready, der Typ. Der hat Bock. Aber wir müssen natürlich noch ganz kurz das hier machen. Ich muss das leider immer wieder machen, das ist doof, weil ich müsste einmal GTA Online starten und das da einstellen. Aber da ich Mods habe, kann ich kein GTA Online starten. So, also ihr seht, ich habe gestern nochmal ein Schränkchen hier aufgeräumt. Da können wir den Bademantel oben schon reintun. Ich nehme ein weißes Hemd an. Heute schöne schwarze Hose würde ich gerne anziehen, aber habe ich nicht mehr. Weiße schlanke Hose. Nee. Graue, enge Hose. Ich habe keine schwarze Hose mehr. Die ist abgefackelt im PD. Scheiße. Oh, jetzt sehen wir grau an. Äh. Was ist Leuchttemberg? Äh. Barett. Achso. Baretthelm. Wo sind denn jetzt die Schuhe von gestern? Hm? So, hier reingetan. Hör mal. Also, Kollegen. Lackschuhe. Da. So kann man gehen, würde ich sagen. Oder? So. Ähm. Wir haben tatsächlich. Single Player müsste auch reichen. Nee, leider nicht. Habe ich schon probiert. Wir haben heute eine kleine Mission. Denn ich habe es ja gestern schon gemacht. Inventur. So kann man das in etwa nennen. Ähm. Betreibt der Walli Weiß ja gerade. Weil, ähm. Wir wollen ja unsere Autos alle mal an eine Stelle sammeln. So. Wir können uns erstmal einen Kaffee reinhauen. Das macht man morgens ja so. Seid ihr Kaffee trinkt, Chat? Ich brauch das. Ich brauch das. Ich brauch Kaffee. Ja. Zack. So. Dann nehmen wir uns hier noch ein Silvesterchen mit. Drei. Kippen wir uns noch ein Eistier rein. Dann was gesundes. Oh. Alles für den Tricksack hier. So. Ich mag keinen Kaffee. Oh. Krass. Ein Energydrink bin ich raus, ey. So. Noch ein Donut. Ah. So. Jetzt haben wir Energie. Und sind auch bereit. Für den Tag. So. Und der Kaffee kann ich leben. Ja. Wir haben jetzt einen kleinen Spaziergang vor uns. Denn wer gestern den Stream geguckt hat, der hat bemerkt, dass Walter Weiß ja eine Mission hat. Und zwar all seine Fahrzeuge in einem Ort zu haben. Oder all unsere Fahrzeuge in einem Ort zu haben. Kichel Adworks lang für 24 Monate. Guck mal, wie lange der Gierige mein Prime schon bekommt. Kappa BRRRRRR kleiner als 3. Ich dachte einfach, der Gierige. Äh. Genau. Wir laufen jetzt einfach kackendreist zum Flughafen. Wir laufen jetzt zum Flughafen. Und da kann ich natürlich das nutzen, um auf den Chat einzugehen und ein paar Fragen zu beantworten. Aber wer gestern den Stream geguckt hat, der weiß, dass gestern was Verrücktes passiert ist. Und zwar, ich gebe eine kleine Zusammenfassung. Also ihr müsst eigentlich, um das Ganze zu verstehen, müsst ihr eigentlich das VUD gucken. Allein wie meine Reaktion, mein Gesicht. Also wirklich wie mein Gesicht. Da sind Sachen passiert, das glaubst du gar nicht. So, Server Restart um 15 Uhr. Ja. Da sollten wir schon mal ein Stück geschafft haben. Ja, ist schon ein Stück zu laufen. Da muss der Walli zwischendurch auch was trinken. Ne? Äh. Deswegen. So. Äh. Genau. Und zwar hat Walter Weiß eine Person getroffen. Eine Dame und zwei Männer. Nichts geringer als Mr. Arnaudo, Boutier und Mrs. Tovar. Und dann hat der Walter Weiß den Mr. äh, äh, Boutier und Arnaudo gefragt, was denn da gerade vor sich geht. Und tatsächlich, Mrs. Tovar, eine Mitarbeiterin des PDs, hat mit Boutier rumgebumst. Hat sie es aber gelassen, weil sie jetzt mit Arnaudo rumbumsen will. Und wir sind da reingeraten. Guckt euch bitte die letzte Folge an, das VUD. Mein Gesicht einfach. Das lost an, das Bums-Department. Ich sag euch, Arnaudo, Arnaudo ist die weibliche Bella, äh, ist die männliche Bella Harley. Was ist das, äh, Blitzsymbol? Äh, wir haben ein Energiesystem auf dem Server. Das bedeutet, ähm, das bedeutet, dass wenn du, äh, Kaffee und Energydrinks konsumierst, oder auch Kokain in dem Fall, ähm, dann steigert dein, äh, Energielevel. Das siehst du am Inventar. Guck mal, der Charakter ist jetzt gerade komplett ausgefüllt, ja, wie du siehst. Und wenn jetzt zum Beispiel du länger arbeiten gehst, dann wird der Charakter immer grauer und das bedeutet, dass dein Energielevel sinkt. Dann fallen dir irgendwann deinem Charakter die Augen zu. Das heißt, irgendwann hast du wirklich schwarzes Bild nur noch vor dir und dein Charakter kippt im schlimmsten Fall um, wegen Überarbeitung. Genau. Ja. Guck mal, vielleicht finde ich auch einen Bus, wo ich ein bisschen mitfahren kann, weil den ganzen Weg zu laufen, das ist schon ultra weit, ne? Wir können ja mal ganz kurz mal gucken, ob wir irgendwelche SMS haben. Äh, Reem Sean. Ich habe jetzt mal Venture kontaktiert. Die versuchen anscheinend das Video und die Beiträge mal wieder zu entfernen, aber die werden immer wieder hochgeladen. Das Video wurde versucht, vor zwei Tagen, das heißt mal zu entfernen, welches dann wieder direkt hochgeladen wurde. Die haben anscheinend auch keine Spezialisten für die Thematik. Okay. Danke. Wenn noch der BIM kann doch nicht sein, dass eine Social Media immer das nicht durchbekommt. So. Trambley. Guten Abend, Chief. Woalski meinte, dass ich Ihnen nochmal Bescheid geben sollte, dass ich in die Führung des Mache ich gleich fertig. Den müssen wir da auch kurz einfügen. Trambley, Trambley, Trambley. Sonst kurz, wer muss denn da raus? Ach, äh, Dings muss da raus. Bisschen doof, ich check dieses System manchmal nicht. So, ich geh hier drauf, geh hier drauf, geh hier drauf, dann geh ich hier drauf, hier drauf. Muss ja nochmal drauf drücken. Wie add ich denn jetzt jemanden? Ich kann ja nur jemanden entfernen. Ach. Jetzt, du musst Doppelklick da drauf machen. Du meine Güte. Geh rein. So, dann muss ich jetzt Dings raus machen hier. Zeig's raus. Die war da gar nicht drin. Doch. Oh, perfekt. Gut. Erledigt. Helikoptersache wurde an die Presse geleakt. Grüße Tanaka. Oh nein. Alle Strafzahlen wurden geleistet. Okay. Nice. Die Presse weiß jetzt auch Bescheid. Habe ich das vorhin richtig mitbekommen? Sie planen wieder eine 24-Stunden-Schicht. Haben Sie da schon ein Datum im Sinn? Passen auf Sie auf. Zen nicht. Und ja. Aber das kann noch was dauern. Die Kater will die 24-Stunden-Schicht mitmachen. Das haben wir. All right. Okay. Na gut. Mein Hund hat heute einen Termin beim Kardiologen. Ich bin nervös. Da tut der Stream gerade echt gut. Danke dafür. Gerne. Mir geht's super. Danke der Nachfrage. Wenn ich für euch streamen darf, liebe Community, dann geht's mir immer gut. Nur Spaß. Hier ist ein Bus. Hält hier ein Bus? 24 ist megabar anstrengend. Ja. Ich habe mir jetzt vorgenommen, Leute. Ihr kennt die Subgoals. Ich sage dazu nichts mehr. Wenn ihr Bock habt, macht. Wenn nicht, lasst bleiben. Lasst uns aber auf GTA jetzt fokussieren. Ich glaube, die Tattels mir denn. Ich glaube, die Tattel-Schicht mitmachen. Oh. Guck mal, ob hier ein Bus fährt. Das wäre natürlich nice. 52, ne? Wo bin ich? Ah, guck mal, da fährt ja echt ein Bus. Ah, der hält hier aber gar nicht. Warte mal, wir müssen nach Burton. Warte mal, der fährt. Weil der fährt gar nicht zum... Was ist das hier? Ist das City? Warte mal, City. Doch. Das ist eine Nordlinie, ne? Nord fährt. Rein hypothetisch. Warte, wir müssen... Das heißt, wir müssen... Wir müssen da runter. Wir müssen dahin. Oh Gott. Rockford Hills. Okay, wir müssen losmachen, Leute. Wir können mit dem Bus fahren. Ah, lauf! Bei meinem Blut verpasse ich den. Wetten? Verpasst den Safe. Ich verpasst den Safe, Leute. So. Ah, nein! Man sollte viel... Also die Leute sollten öfter mit dem Bus fahren. Ich finde das voll geil. Weil LST sollte man viel mehr belohnen. Danke für Lucky Five Tennis. Gerne, Felix. Gerne. Danke euch, dass ihr alle hier guckt und mitspielt und das ermöglicht. Oh. Wenn es eine Funktion gibt, dass die Spieler ein paar Dollar pro Fahrt bekommen, wenn sie Bus fahren, dann fahren alle Bus. Ja, ist echt so. Glaub ich richtig? Jetzt müsste vor uns die Haltestelle sein. Äh, wo ist der Bus hin? Hier. Muss ein bisschen laufen, sonst verpassen wir den. Renn, Walli, renn! So. Der Bus! Du kriegst! Da ist die Halte. Lucky Five Tennis ist drei Jahre alt. Ja. Da müssen wir hin. Hier fährt ja der Koffer. Jetzt gucken wir, wann er ankommt. Ja, geil, wenn ihr in der Bus-App einfach der Fahrplan... Wenn die oben stehen würde Fahrplan. Man könnte draufdrücken. Man könnte das pro Haltestelle sehen. Steven! Ach, die stehen jetzt hier. Ach so. So, wann kann die denn wieder los? Um voll, ne? Das ist ein Eins. Aber ne, der fährt ja... Wie fährt denn der? Müssen wir kurz warten. Da bringt ja nichts. So. Aber, können wir ganz kurz bei Venture gucken. So. Am vergangenen Donnerstag hat ein Officer den Helikopter vom Bythunter-IT mit einer Schruflinte beschossen und zerstört der Grund. Die Tat ist aktuell noch unklar. Gegen 19 Uhr am vergangenen Donnerstag, dem 23. Hawking, stellvertretender Geschäftsführer von Bythunter, erklärte hierzu. Wir sind erschüttert und entsetzt über dieses Vorgehen und können uns nicht erklären, warum die Beamten zu dieser Gewaltanwendung gegriffen haben. Es würde rechtliche Mittel eingeleitet und die Bythunter-IT forderte eine gründliche und transparente Untersuchung dieses Vorfalls. Hawking drückte ebenfalls am Bedauern über diesen Vorfall aus. Wir möchten uns bei der Bevölkerung von Los Santos insbesondere bei den Anwohnern und in der Umgebung des Vorfalls entschuldigen. Das Unternehmen gäbe es... Aber es ist die Frage, wer halt der Autor des Artikels ist. Weil... Das ist halt ein bisschen problematisch. Ich komme hier aber später zu. Ja, ich kann mir schon vorstellen, wer die Petzer war. Wisst ihr, warum? Maximus ist der Anwalt. Also der hat diesen Fall vertritt. Frank Laurent ist in dem Fall die Partnerin und arbeitet bei Visa News. Dadurch hat Herr Maximus entweder Informationen rausgegeben und sein Anwaltsverheimnis gebrochen oder Frau Laurent hat den Interessenkonflikt an den Tag gelegt. Da muss man halt prüfen. Eigentlich kann man ihr jetzt den Job nehmen. Wir müssen herausfinden, wer der Autor ist. Der Staatsanwalt von gestern ist nochmal eine andere Geschichte. Haben wir als Anwalt nicht schweigepflicht? Genau darum geht es. Und dann muss man herausfinden, wer der Autor dieses Artikels ist. Kritischer ist, dass Davis... Davis heißt der Chef von Visa News, glaube ich... ...dass er die Frau Laurent wieder eingestellt hat. Dadurch schwächt er eigentlich die Kooperation mit dem PD. Strategisch eine sehr dumme Entscheidung. Der Fall Maximus wurde einfach geschlossen. Ich habe keine Ahnung warum. Aber darf Beide hat er nicht selber zur Presse geben? Ja, das dürfen die auch, klar. Sicher. Aber ich glaube, die darf aus Neutralitätsgründen, glaube ich, nicht den Artikel dann erstellen, oder? Als Anwältin. Ja, Herr Gorn, aber es ist halt die Frage, es gibt ein Gesetz und dieses Gesetz besagt... Warte, ich kann dir das mal zeigen. Daher kann man die schon an die Eier kriegen. Pass auf. Die haben eigentlich... Wenn das Laurent wirklich der Autor war... Ich hoffe, die ändern das jetzt nicht. Einfach so Metabasis, aber ich würde es ja nicht sagen. Wenn das die Autorin war, dann kannst du auf Gesetze gehen. Und zwar... Es gibt ein entsprechendes Gesetz. Wo war denn das? Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Es gibt ein Gesetz, wo drinsteht... Es gibt ein Gesetz, wo drinsteht... Es gibt ein Gesetz, das besagt... Du brauchst gar keine Rechtsanwaltordnung dafür, das ist sehr, sehr wichtig. Denn es gibt ein Gesetz, das besagt, dass du in dem rechtlichen Wesen deinen Interessenkonflikt nicht herbeiführen darfst. Das heißt also, der Anwalt oder die Anwälte dürfen diesen Artikel gar nicht erstellen... Oder dürfen diese Informationen gar nicht weitergeben, weil sie dadurch in einem Interessenkonflikt mit ihrem Mandat stehen. Nee, nee, das steht woanders. Also ergo kann man die schon an den Karren pissen, wenn man das ermittelt. Ja. Ja, Evi, Lucifer, nicht böse gemeint, aber was du findest, ist ja eine Sache, was wir finden, ist eine andere Sache. Also, ne, verstehen wir nicht falsch? Muss man halt jetzt gucken. Das ist halt jetzt ein Grund, das zu ermitteln. Ne? Also ich bin da sehr, sehr gespannt. Wunderschönen guten Tag. Man, leider habe es bei uns geschneit. What? Und dann scheint die Sonne. Und wenn ein Kollege bei Visenius den Artikel geschrieben hat und die Infos von ihr hat, hat sie ja auch ihr Anwaltsgeheimnis gebrochen. Ne, das steht auch in einem anderen Gesetz, Showmio. Das steht auch in einem anderen Gesetz. Luca, hi, was geht? Aber das ist ja jetzt mehr Konsequenzen für den beteiligten Officer. Nein. Es ist ja Quatsch, ihn jetzt nachträglich dafür noch zu bestrafen, weil er es ja halt in den Medien steht. Wenn die Bevölkerung jetzt Druck aufbauen würde und Shitstorms fahren würde bei Venture, dann könnte man drüber reden. Ich finde, manche Instanzen auf dem Server sind zu sehr geschützt. Also Anwälte müsste man irgendwie viel mehr kontrollieren können. Können ja machen, was sie wollen. Du kannst das ja gar nicht nachweisen. Das ist manchmal ein bisschen... Ne? Wisst ihr, was ich meine? Und dann den Artikel veröffentlichen, ohne das Statement vom LSPD abzuwarten, finde ich halt auch ein bisschen läppsch. Statt man erst das LSPD-Statement abwartet und dann den Artikel veröffentlicht. Weiß ich auch nicht. Also das ist halt für Visinews Neutralitätsgebot halt null so. Du kannst nicht immer sagen, ja, wir warten auf die Antwort von LSPD. Doch warte einfach erst mal zwei, drei Tage. Was willst du da für ein Statement haben? Ist doch faktisch passiert. Ja, dennoch muss man ja immer in einem Neutralitätsgebot immer beide Seiten anhören, finde ich. Warum ist kein... Die schicken einfach eine E-Mail. Warum kommt denn keiner von den Journalisten in die Zeit... In das Büro und fragt danach? So, für das LSPD ergibt da keinen Sinn mehr drauf zu antworten. Ne, sagt ihr euch, wie es ist? So. Sie haben wohl eine Mail geschickt, aber nicht wirklich eine Antwort erhalten. Ja, richtig. Das ist es, ja. 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 Aber, ey, wenn du die dann wegblockst, weil du sagst, mit euch wollen wir nicht zusammenarbeiten, dann dürfen die sich auch nicht beschweren, ne? Weil da ist kein Neutralitätsgebot. So. Oder? Oder sehe ich das falsch? Man muss jetzt gucken, wann kam der Artikel online und wann haben sie das Statement geschickt, äh, die Pressanfrage geschickt. Das müssen wir gleich mal prüfen. Das ist halt das Wichtige. Oh, komm, GTA. Na, wann ist das denn wieder so nervig mit dem, dass das Game so reinlädt? War vorher nie so irgendwie komisch. Na, ja. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Danke übrigens, dass schon 1400 Leute den Stream gucken. Herzlich willkommen, Leute. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ja, wahrscheinlich. Was? Ja, wahrscheinlich. Hallöchen Molligis. Na? Molligis, genau. Boah, jetzt haben die von LS Transit einfach 8 Minuten Verspätung, ne? Na ja. Lisi, danke für zwei Monate. Dankeschön. Äh, so. Ich wollte mal gucken, wo der Bus kommt. Ah, der Nordbus ist schon mal auf dem Weg, okay. Aber eine Stadtlinie fährt gerade gar nicht. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Doch, da unten. Hä? Warum ist der schon? Der fährt jetzt wahrscheinlich so rum, ne? Mal, wie fährt denn der? Boah. Der fährt ja wahrscheinlich. Na, dann fährt der wieder. Warte mal, wie fährt denn der? Wie ist denn die Route? Warte mal. Nord machen wir mal weg. Dann fährt der wieder runter. Ja, gut. In der Zeit könnte ich eigentlich noch bis hier runterlaufen. Bis Little Soul. Ah, ich warte jetzt einfach. Komm. Der kommt ja jetzt, der Bus. Fangen wir noch ein Rundchen im Bus. Mittlerweile, glaube ich, laufen wir schneller gewesen. Na, aber das ist halt auch so eine Argumentation. Man muss nicht immer nach der Schnelligkeit gehen, sondern das ist ein RP-Server. Und RP ist Gämonem, Leute. Ist doch viel nicer. Ist doch viel nicer, wenn du... Aber... Aber... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ähm, ich weiß, dass heute Abend ein Bus gebucht ist, falls sie das meinen, wegen Hochfahren nach Sandy Shores, wegen Mieting. Ja, aber der soll ja nicht gebucht sein. Man soll einfach den Fahrplan gucken und einsteigen. Obwohl, es wird eine Retro, glaube ich, auf die Linie gestellt, damit da genug Leute reinpassen. Ich glaube, sowas stand da. Ja, das kann sein. Wie bleiben Sie jetzt schon? Ähm, das ist jetzt mal eine vierte Runde, also zwei Stunden. Boah. Wie dienst du denn das Geld damit? Also kann man davon leben, gut? Äh, ich verdiene 70 Dollar die Stunde. Ich verdiene mehr als ein Officer. Oder 50? Aber ey, sei es dir gegönnt. Ich achte immer nicht drauf, keine Ahnung. Also ich, ich weiß, ehrlich gesagt, weil es mir Spaß macht. Ja. Ich achte da immer nicht so drauf. Sei es dir gegönnt. Ich meine, das ist ja... Ich hab das gestern schon gesagt. Es ist sehr beeindruckend. Ähm... 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 Dass, dass, äh, dass sie, ähm... Dass das Unternehmen sich so gut aufgebaut hat. Warten Sie sich telefonieren, mal kurz. Ja, Chief. Herr Tanaka, folgende Sache, passen Sie auf. Also, wenn ich aus einer Nähe von 20 Metern, äh, aus 5 Metern, ja? 5. 20 Mal mit einer Beanbag auf einen Heckrotor eines Helikopters schieße, ist es klar... Ja, aber es kann auch sein, dass man da Löcher mit in den Rumpf des Helikopters schießt und damit sensible Leitungen trifft. Weil ich rede von 20 Mal, nicht von 5. Und von 5 Metern Distanz. Ja, Chief, ich... 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 Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen, äh... Nächste Haltestelle. Ähm... Ähm... Mir geht's halt nur darum, äh... Rauszufinden, ähm... Ähm... Was jetzt wirklich unser Schaden ist, weil... So wie eine Beanbag funktioniert und sie aufgebaut ist... Es ist eher unwahrscheinlich, dass das, äh, was, äh, da irgendwie anfängt zu brennen. Also hätten die da irgendwie mit einer MP5, äh, Magazin reingeschoben. Na, aber was ist denn, wenn, wenn eben was ausgelaufen ist und es hat sich entzündet? Durch einen Funkenflug, was, was ich? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich sag Ihnen nur verschiedene Optionen. Das ist ja... Ja, dann wäre ein Helikopter vorher beschädigt gewesen schon. Ja, vielleicht ist das ja passiert. Ja, mir, mir geht's halt darum, auch auszuschließen, äh, dass jetzt hier irgendwie nachträglich das ganze Ding vielleicht... Ja, ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber vielleicht sogar selber angezündet wurde. Ähm... Um den Schaden natürlich größer wirken zu lassen, ja. Ähm... Wie gesagt, ich frag mich auch, warum eine Firma, ähm, eigentlich, äh, für den Staat arbeitet, ja. Ähm... Im größten Teils oder der Auftragsgeber ist, warum man nicht einfach da sagt, okay, äh, hier ist was... Passiert, ja, lass uns das klären, ähm, hat jetzt einen Aufrüst zu machen, ne. Wie gesagt, weil ich hab den ja geschrieben, ne. Der hätte schon lange sein Geld haben können für seine Helikopterreparaturen. Und dessen macht man halt hier ein Riesending draus. Aber kann man den Helikopter noch reparieren? Weiß ich nicht. Also, es konnten auch einige Fahrzeuge, die ausgebrannt sind, vom PD repariert werden. Hm. Ja, ich hab keine Ahnung. Aber Fakt ist, ähm... Ja. Fakt ist, äh... Nächster halte ich das... Sollte nicht unser Problem vom LSPD sein. Dass du meinst, dass der Artikel jetzt online ist, ist natürlich super. Ja. Ich hab die Vermutung, dass es die Frau Laurent war auf jeden Fall. Ähm, dass sie den, dass sie die Information zumindest weitergegeben hat durch Maximus. Weil ich sag Ihnen, Herr Tanaka, dieser Artikel, ähm, dieser Artikel ist lediglich dazu da, uns bloßzustellen. Das sieht man anhand der Reaktionszeit. Nächster halte ich stelle. Ja. Wunderbar. Wahrscheinlich, ne. Ich weiß nicht, wann der gepostet wurde, aber... Doch, ich hab das, äh, ich hab das reproduziert. Der, äh, Artikel ging auf Venture um 14 Uhr online. Das heißt, also heute um, äh, 14 Uhr. Das heißt, man hat uns diesmal 24 Stunden Zeit gegeben, darauf überhaupt zu reagieren. Ja, nett. Ja, und das ist einfach nur Bloßstellung. Darum geht's mir ja. Wir wollen uns einfach nur bloßstellen. Sind Sie da noch dran, Herr Tanaka? Oder... Achso. Ja, ja, ich lese das nur. Das Unternehmen gäbe sein Bestes, den entstandenen Schaden zu begrenzen. Naja, dafür hätte man einfach nur, äh... Nächste halte ich stelle. ...preisen nennen müssen. Dann wär die Sache schon wieder erledigt. Ja, also, Chief, ähm... Ja, die hätten einfach uns das Gutachten schicken sollen. Und die hätten dann, ähm, äh, 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 außerrichtlichen Vergleich machen sollen. So. Ja, ja, ich, ich, ich hab's, ich hab's versucht. Aber, äh, weder die Frau Laurent scheint dazu bereit, noch die Firma selber. Ich hab' ja, der Firma direkt aufgeschrieben, natürlich, ne? Ähm, bevor ich Kenntnis natürlich davon erlangt hab', dass die Laurent, äh, da jetzt, äh, die fixe Anwältin ist, ne? Weil mein Stand war ja Maximus und der ist faktisch kein Anwalt. Nächste halte ich denn, ne? Äh, jetzt darf ich die Firma nicht mehr privat kontaktieren, logischerweise. Ja. Ähm, weil ich darf den, äh, die Gegenseite nicht umgehen. Ja, der Herr Kukum, der Herr Kukum und der Herr Hill wollen dir auch anschreiben und sich entschuldigen. Ich hab' denen erstmal davon abgeraten. Wäre tatsächlich, äh, keine blöde Idee, wenn die versuchen würden, den Typen ranzubekommen, weil ich darf ihn nicht kontaktieren. Ähm, und mit der Anwaltskanzlei dahinter wird's halt schwierig. Ja. Ja, also ich, ich bin's halt, ich find's halt natürlich, ja, da ist ein Fehler passiert, ne? Ähm, ich versteh' auch natürlich, dass es aufgearbeitet werden muss und so weiter und so fort. Aber ich find' halt die Art und Weise, wie das jetzt gerade vonstatten geht, finde ich, ja, cool, ne? Weil, ähm, im Endeffekt, im Endeffekt, wenn wir's faktisch sehen, sind wir, der Staat, ja, also auch wir, der, einer der größten Auftraggeber von Bythunter, warum man, äh, einen seiner Klienten jetzt, äh, so in die Reise hauen möchte, versteh' ich halt auch nicht. Also, das... Nächste heißt, ich hab' hier, wie gesagt, mit dieser Brandung in die Helikopter, ich hab' da auch drüber nachgedacht, ich hab' mir selber nochmal genau die Beam-Back angeschaut, und, 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 das passt irgendwie nicht. Also, selbst, selbst wenn, selbst wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, äh, mit der Beam-Back aus zwei Meter auf das Ding drauf geschossen hätte, das Schlimmste, was passiert wäre, ist, dass die Projektile abgebreit werden und wieder zurückgeflogen sind. Meine Beam-Back ist ja prinzipiell erstmal so aufgebaut, dass man natürlich, äh, die normale, äh, Plastikhülle hat, ja, die man, äh, bei einer normalen Strohpatrone hat. Und in dieser Plastikhülle hat man einmal, äh, den, äh, Beam-Back, äh, mit den, äh, normalerweise Haarplastikkugeln inzwischen. Weil Blei wird nicht mehr benutzt im Normalfall. Ähm, deswegen find' ich's halt komisch, wie, wie dieser Brand entstanden ist. So wie honest, also, das, 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 das hackt definitiv... Warten Sie kurz, Herr Tanaka, kann ich sitzenbleiben, Ma'am? Wir können sitzenbleiben. Okay, ja, weiter, äh, Herr Tanaka? Dass, dass das Heck, äh, und der Rotor unwiderruflich zerstört worden sind, äh, das, das ist ja alles legitim und so. Also, aber dass das ganze Ding abgefackelt ist, muss ich ehrlich sagen, muss ich anzweifeln. Mhm, ja, klar. Natürlich ist es erstmal nicht, äh, das, das Problem vom PD, ja, ähm, aber natürlich, äh, müssen wir es so oder so aufarbeiten, ja. Vollständig. Also, egal wie man sieht, ne, weil im Endeffekt ist es irgendwo doch schon unser Problem, weil wir müssen die Office ja auch, äh, strafrechtlich verfolgen, natürlich, ne. Na klar. Gemäß unserer Dienstpflicht. Ich sage Ihnen, ich bin mir 100% sicher, Herr Tanaka, dass 20, wenn ich 20 Mal mit einer Beanbag auf etwas schieße, aus 5 Meter Distanz, dass das dann Schäden mit sich bringt und auch Löcher in ein, äh, Konstrukt mit sich bringen kann. Und ein Helikopter, äh, ist ja so gebaut, dass er so leicht ist, wie es geht, um auch Effizienz zu haben, um Kosten, äh, für den Besitzer zu reduzieren. Es gibt ja Flugzeuge, die werden ja inzwischen komplett aus Carbon gebaut. Ähm, deswegen weiß ich nicht. Also, es spielt, äh, in dem Sinne, also, äh, alles irrelevant, ja. Ich sage Ihnen meiner Meinung nach, und das klingt auch sehr gemeint, müssen die Officer auch allesamt dafür gerade stehen, weil der Officer verdient per se auch genug Geld. Und die waren eigentlich dämlich. Das ist deren Konsequenz. Gäbe es diese Konsequenz nicht, hätte ich die alle gekündigt, weil das wäre die Konsequenz gewesen für so dummes Verhalten. Natürlich. So, was ich Ihnen sagen will, ist, aber ich verstehe, aber ich verstehe hier den Punkt, Herr Tanaka, dass ich mir vom Beitant da auch gewünscht hätte, dass wir das Ganze, ähm, diplomatisch, äh, äh, diplomatisch lösen. Und zwar außerhalb, äh, der, äh, ganzen Medienwelt und so weiter, weil sie sagen ja selber, es ist ein großer Abnehmer unserer Auftragslage. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie sagen, hey, guck mal, das Ding kostet so viel, das und das und das und das, ähm, und ich will jetzt das so regeln, äh, habt ihr Interesse daran. Und wenn das nicht der Fall wäre, kann man immer noch vor Gericht ziehen. Aber es gab ja nicht mal den Dialog, glaube ich. Ey, ich, ich hab ja versucht anzurufen und anzufragen, wie gesagt, äh, mir hat man nicht geantwortet, ähm, und, ähm, deswegen ist das halt, äh, eigentlich ziemlich bedauerlich, to be honest, weil, ähm, sagt, ähm, im Endeffekt, äh, haben die die Monopolstellung, äh, ähm, irgendwo bei uns im Staat. Und ich finde das halt schade, dass man das auf dem Weg sucht, ne. Ich verstehe natürlich, ja, dass man, äh, die Officer angreift, aber ich verstehe halt nicht, warum man nicht die einzelnen Office, also, ne, wären die einzelnen Officer angegriffen worden, ähm, dann sage ich, wäre ich fein mit, ja, würde ich auch nichts gegen machen, ja. Aber das PD halt. Man schreibt jetzt, dass L ist PD, ja, ähm, was halt auch wieder faktisch eigentlich nicht korrekt ist, ja, weil, äh, nur weil es ein Officer war, heißt es ja nicht, dass die Behörde als allgemein so handelt. Ja, richtig, da müssen wir eigentlich jetzt ein Pressestatement geben, dass wir uns von den Officern und deren Handlungen distanzieren, korrekt? Äh. Und dass es Disziplinarstrafen dafür gab? Ja, also, so wie ich den Artikel verstehe, haben wir ja noch die Möglichkeit, äh, unser Statement damit einzubringen. Ja, aber Fakt ist, sehe ich gar nicht, sehe ich gar nicht, weil, das Problem ist, die von Visa News, die hätten einfach ein bisschen warten sollen, oder hätten jemanden vorbeischicken sollen, oder sonst was. Das wurde ja nie gemacht. Es wurde ja direkt einfach rausgehauen und dann gesagt, ja, wir rechnen das nach. Ja, äh, im Endeffekt, ich habe ja gestern auch mit dieser Verlagschefin telefoniert und habe ja gesagt, ich kläre das heute ab, ne. Ja, ähm, und da wurde gesagt, okay, ist alles cool und so, ja, deswegen hat mich das gewundert, dass sie gerade gesagt haben, dass das gepostet wurde. Ja, um was ich halt sehr kritisch finde, dass Frau Laurent überhaupt da wieder arbeiten darf. Äh, die Sache ist die, selbst wenn es Frau Laurent war, äh, wir werden uns das niemals verraten. Aber können wir das nicht ermitteln? Äh, weil gestern. Es gibt doch ein Gesetz. Ja, keine Chance. Doch, im Grunde haben sie eine Chance. Im Grunde geht das. Man kann... Das Problem ist, die sind ja nicht dumm bei Vision News, ne. Die werden das irgendwie mündlich kommuniziert haben und, äh, die, ne, die sagt jetzt, die Verlagschefin sagt, ähm, naja, äh, angeblich, angeblich, ja, ähm, war das irgendwer vom Beidhunter, aber sie weiß nicht wer, ne. Ich musste aber auch erst fünfmal nachfragen. Ja, ja. Das war halt irgendwie ein bisschen unwahrscheinlich. Ich habe auch explizit gefragt, ob es zufälligerweise eine Mitarbeiterin von denen war, ja. Äh, ne, ähm, habe auch gesagt, äh, wäre natürlich auch strafrechtlich relevant tatsächlich, ja. Ähm, aber dann hat man irgendwie so ein bisschen abgeblockt und, und so nach dem Motto, ja, war alles ein bisschen komisch, wie gesagt. Also, ich bin mir eigentlich auch sicher, dass es sie war, aber wie wollen sie es nachweisen, selbst wenn sie Leute vor Gericht ziehen? Können sie. Aber das, äh, schwierig. Im Grunde als erstes können sie, äh, können sie, ähm, eine Hausdurchsuchung bei Vision News anordnen. So, weil das ist ja ein Gesetz gebrochen worden, ne. Es gibt ja ein neues Gesetz, das besagt, man darf ja keinen Interessenkonflikt sozusagen haben. Das heißt, also, ähm, warten Sie kurz, jetzt steckt der Bus rein. Hallo! Äh, nicht irritieren, ich telefoniere. Ja, nicht, dass Sie wundern, dass ich Selbstgespräche führe. Ähm. Ja, alles klar. Ich weiß Bescheid. Genau. Ähm, im Grunde, genau. Halten Sie am Flughafen, Sir? Ja, da halten wir. Wunderbar, okay. Ähm, bei der ganzen Scheiße, Herr Tanaka, ich reise aus. Nein, was soll ich sagen? Ja. Nein, ich will... Bitte nicht. Oder andere Frage, wo geht es hin, Schieb? Äh, ich hole nur, ich hole nur was ab am Flughafen. Äh, bin jetzt im Bus und bin jetzt leider. Ja. Ja, äh, also Vision News wird nicht gehen, ähm, weil die haben, Vision News hat per se kein Gesetz gebrochen. Ne, ne, aber tatsächlich, äh, der mögliche Informant, und den kann man ermitteln, das geht. Indem Sie nämlich, äh, eine Hausdurchsuchung durchführen. Dann können Sie nämlich auf das System zugreifen lassen, wer alles den Artikel innerlich, innerbehördlich bearbeitet hat. So, das ist der erste Punkt. Zweitens können Sie eine Datenschutzaufhebung anfragen, um zu gucken, ob das Schriftverkehr war. Und dann können Sie ermitteln, ob Frau Laurent die Information denen gegeben hat durch Schriftverkehr, und dann haben Sie einen Beweis. Aber, bei der Staatsanwalt in diesem Staate, bin ich der Meinung, das kriegen Sie niemals durch. Also, äh, also A, würden wir es nicht durchkriegen, und B, wie würde das denn wirken? Die posten was Kritisches gegen uns, und wir reißen denen das komplette Haus auseinander. Ja, es, ja, ja, ich verstehe den Punkt, aber es ist ein Gesetz gebrochen, äh, gebrochen worden. Und dadurch würden wir, wir machen es nicht ohnehin, aber dadurch würden wir meiner Meinung nach, Vision News auch mal ein bisschen in die Schranken weisen, dass die mal ein bisschen Neutralitätsgebot aufbauen. Ja, ich, ich verstehe, wo Sie herkommen, aber wie gesagt, Vision News hat per se erstmal strafrechtlich nichts falsch gemacht. Leider. Also, egal, wie wir es drehen und wenden, ja. Man kann nicht mal sagen, dass es Verleugnung oder üble Nachrede oder irgendwas wäre. Nein, nein, Sie, Sie denken halt, Sie denken halt zu weit, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir nicht um Vision News, es geht mir um den Informationsgeber, und das ist Frau Laurent, da bin ich mir 100% sicher. Ja. Und die muss man eigentlich an den Karren pissen, weil die Dame nämlich ihr Anwaltsgeheimnis gebrochen hat. Und, so, das ist mein Ziel, nicht das Blatt an sich. Ja, ist schon klar, ne. Aber ist ja irrelevant, wir kriegen es ja sowieso nicht durch. Ja, ja. Ja, wenn ich mal die Datenschutzaufhebung für jemanden bekomme, der im LSB die Waffen geklaut hat. Ja, ja. Nachweislich. Also. Ja, schwierig. Die drei Beambacks sind übrigens wieder aufgetaucht. Also, jetzt fehlt nur noch ein Taser, eine P99, unmarkiert. Ist aus der Asservatenkammer Punkten gekommen. Und, äh, PASER, P99 und, äh, ähm, war noch, ach so, die MD-5, ja. Also, ich verstehe es halt nicht, wie deutlich es noch ausdrücken soll. Ich habe, glaube ich, zehnmal in die Gruppe geschrieben, ich habe es jedem Officer gesagt, bitte geht nicht an die Waffenkammer erst einmal. Ja. Was machen die Leute? Sie gehen trotzdem ran, nehmen sich trotzdem Zeug raus, nehmen sich trotzdem Capis. Ich verstehe es halt nicht. Ja, wissen Sie, wer es war? Ja, wer denn? Einer von den anderen drei oder vier, ne? Also, dann holen sie die alle zusammen und scheißen sie die zusammen. Wissen Sie, es ist einfach demotivierend, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, ich weiß, man steckt da so viel Arbeit rein und man fängt halt eigentlich jeden Tag von null an, weil irgendjemand halt wieder meint, der muss Special Snowflake sein oder braucht ein Special Treatment oder was weiß ich was. Ich verstehe es halt nicht. Ja, Herr Tanne, kann man nehmen, muss der Sache heute mal an. Ich bin ja heute etwas da, dann gehen wir da schon hin. Ja, ja. Ja, wie gesagt, also P99, das muss 100% aus der Waffenkammer, aus der Asservatenkammer gewesen sein, weil die habe ich extra in die Asservatenkammer gelegt. Ja. Eigentlich. Aber da hat ja nur eine geringe Anzahl an Leuten Zugriff drauf, oder? Ja, also auf die Asservatenkammer haben auch nur die Commander ab Commander Zugriff. Das hat sich nicht geändert. Wie gesagt, und das Zeug kann nicht von wem anders entnommen worden sein, weil als ich in den Dienst kam, hatte ich die Sonderbefugnisse, die sie erteilt hatten, weil ich nicht wusste, warum die Commander-Rechte haben, schon entzogen gehabt. Also die könnte es nicht gewesen sein. Wissen Sie, was ich mal anfragen werde, ob es ein System möglich ist, dass wir einen Lockpfeil für diese Tür bekommen? Also dauerhaft. Ja. Weil das ist ja... Hm? Ja. Also im Normalfall haben eigentlich nur drei Leute was in der Asservatenkammer verloren. Ja. Meiner Meinung nach. Herr de Por, ja, mit seiner Stellvertretung, aber die gehen immer zu zweit, ja, wegen Vier-Augen-Prinzip. Meine Wenigkeit, weil ich das Zeug meistens vernichte, oder Miller, weil er manchmal für mich vernichtet. Ja, ja. Ja, und ansonsten hat meiner Auffassung nach da unten auch eigentlich erstmal niemand was verloren. Ja. Ja, aber es ist egal. Bezüglich der Langwaffen habe ich jetzt auch ein bisschen überlegt. Ich weiß nicht, wie sie dazu stehen, Chief, aber ich glaube, wenn wir jetzt nochmal Langwaffen bestellen, nochmal besprechen, müssten wir halt uns dann ein vernünftiges System überlegen, weil dass die einfach frei in der Waffenkammer liegen, ist zu einem ein rechtliches Problem, weil wir bei Gerichtsprozessen nie nachweisen können, wer diese Waffe benutzt hat. Das ist das erste Ding. Das zweite Ding ist das absolut... Weil, wie gesagt, das kann ja jeder einfach reinmarschieren, der Käpt'n ist und sich eine nehmen, so nach dem Motto. Ja, ich weiß, wie wir das machen. Wir machen die Link im Chief-Büro in den Schrank und man muss sich eine Freigabe holen und dann kriegt man die von mir ausgehändigt. Ja, Chief, das ist aber ein bisschen schwierig, weil da müssen sie immer da sein. Ja, das passt. Naja, wieso? Wenn einer mal eine Waffe, wenn einmal einer so eine Waffe bekommt, dann hat er die auch in seinem Spinn zu verwahren. So, da kommt ja kein anderer dran. Ja, das ist halt die Sache, die ich dir vorschlagen würde. Die Leute, die berechtigt sind, eine Langwaffe zu führen, bekommen eine feste Langwaffe zugewiesen, die wird eingetragen und solange die hier im Dienst sind, ist das ihre Langwaffe und es immer nachzuweisen. Das wäre mein Vorschlag. Genau, aber ergo liegen die aber derweil dann dennoch in meinem Spinn, in meinem Schrank. In der Reserve war. Ja, die liegen sie dann in meinem Schrank im Büro und wenn einer eine braucht, muss er die bei mir abholen und anfragen. Dann kriegt er die ausgehändigt, der meldet bei Ihnen die Nummer, Sie tragen die Nummer ein und dann, ja, erledigt. Bleibt die, bis er halt irgendwann nicht mehr Officer ist bei dem. Genau, und dann muss er die mir wieder zurückgeben. Oder in dem Fall ihn. Genau. Wenn er halt den Dienst quittiert. Genau, richtig. Oder die Freigabe verliert. Oder suspendiert wird. Ich glaube, sowas wert hat sie. Ich danke Ihnen. Ja, haben Sie noch eine schöne Fahrt. Kommen Sie. Ich habe kein Problem. Schönen Tag für Sie. Ja, fahren Sie vorsichtig. Ja, danke. Dann ist er weg. Ja, weiter. Also, faktisch ist das beste System, wenn die Langwaffen wirklich fest zugewiesen werden. Auch bei den SWAT-Leuten. Ja, wenn man sagt, okay, jeder SWAT-Officer hat seine fixe MP5. Das ist seine, ja, in Anführungszeichen. Die ist fest auf ihn eingetragen. Und solange er zum Beispiel SWAT-Mitglied ist, hat er diese MP5 und ist dafür verantwortlich. Ja, weil es ist dann auch viel besser nachzuvollziehen, wenn sie wegkommt, ja, zum Beispiel. Ich kontrolliere ja regelmäßig die Spinte, ja. Wenn sobald da die Eimer nicht drin ist, dann, ne, zum Beispiel. Oder wenn die beschädigt ist oder wenn damit auf wen geschossen wurde und, und, und. Ja, das hat so viele Vorteile, wenn diese langen Waffen wirklich einen fixen Besitzer haben. Ja, finde ich gut. Oder wie halt ihre normale Dienstwaffe. Ja. Weil ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, dass Ihre Dienstwaffe, wer die letzten drei Besitzer waren. Ja, also ich führe darüber tatsächlich Protokoll. Also ich, ja, ich kann das ungefähr die letzten drei Besitzer nachvollziehen. Ja, finde ich gut. Ist ein gutes System. Weil, weil, wenn, wenn die halt so offen rumliegen, dann greift sich halt jeder eine so nach dem Motto, guckt nicht. Ja, ist ja auch egal, ne, weil, ist ja nicht fest zugewiesen. Dann steht man zum Beispiel vor Gericht oder sie verschwindet und keine Ahnung was. Und dann fühlt sich halt keiner verantwortlich. Vor Gericht können wir es nicht nachweisen. Ähm, weil das ist tatsächlich vor Gericht immer wieder eine häufige Frage. Wer diese Langwaffen führt, ja, oder ob da auch andere Zugriff haben. Und das, äh, führt tatsächlich auch öfters mal zu Freisprüchen, weil dann gesagt wird, naja, kann ja auch jeder Officer genommen haben und auch, auch irgendwen geschossen haben, ne? Ja, definitiv. Verstehe ich. Ja, also ich, ich glaube, wenn, wenn wir bestellen, dann sollten wir es wirklich so machen, äh, was weiß ich, es gibt zehn SWAT-Officer. Jeder bekommt eine MP5, äh, was weiß ich, kriegt eine Tasche dazu mit seiner Ausrüstung, ja, ähm, mit Seriennummern halt. Das ist auf den eingetragen, wenn was fehlt, dann ist er dafür verantwortlich, ja, ähm, und, äh, ja, dann sparen wir uns halt auch wieder ein Extralager, sag ich mal, ähm, wo dann wieder Extrabuch drüber geführt wird. Weil im Endeffekt ist der Officer dann für seine Ausrüstung verantwortlich, somit für seine normale Dienstausrüstung. Und, äh, dann haben wir weniger Kopfschmerzen, weil sobald was weg ist, wissen wir ja, wo es ist, ne? Genau, aber wie gesagt, der Hauptlagerort ist im Michelin-Department im Spind, äh, in meinem Büro, ja? Ja. Ja. Okay. Und, äh, sie erteilen die Freigabe dann dafür. Und dann wird das, äh, eingetragen, dann bekommt er die, äh, was weiß ich, äh, dann bekommt er noch, äh, äh, ne? Vielleicht, äh, ein Schriftstück von mir, wo die Serien nochmal draufsteht, ja, äh, mit den genauen Hinweisen, ja, wie damit Hand zu haben ist, ja, wenn es zum Beispiel verschwindet oder so. Und, äh, dann sind wir rechtlich safe, äh, und, äh, wenn halt wirklich mal was verschwindet, wissen wir, welche Tür wir eintreten müssen. Ja, perfekt. Das ist ein gutes System, da sind wir auch sicher mit. Ich denke, das ist das beste Plus. Wir können halt immer nachweisen, wem diese Langwaffe gehört, ne? Wenn jetzt zum Beispiel irgendwo ein Projektil auftaucht, können wir sagen, okay, äh, was ist es nicht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, äh, gehört, äh, keine Ahnung, Commander Miller zum Beispiel. Ja, ich passe das gleich mal in der Diensteinweisung an, den, dann erstelle ich einen Punkt, da ist Langwaffen, und da steht das dann explizit drin. Ja, ähm. Muss da sowieso noch ein paar Sachen drin anpassen, dass, äh, Pärchenstreifen nicht so gern gesehen sind, bla bla bla. Ja, ähm. Ja, die Frage ist halt nur, aber da können wir, also ich lasse jetzt erstmal in Ruhe, ich komm, ich mach jetzt kurz mit Tramlin noch, bis sie ist auch fertig. Mhm. Ähm. Und, äh, wenn sie dann kurz Zeit haben, dann können wir uns nochmal kurz über die Bestellliste unterhalten, ähm, wobei ich die natürlich, äh, erstmal weiterhin zurückhalte, solange es Unklarheiten gibt, weil der Staat wird uns nichts liefern, solange es hier Unklarheiten gibt. Ja, verstehe. Äh, bin ich mir relativ sicher. Okay. Alles klar, Tanaka, ich bin ja heute etwas länger da, ne? Ja. Ja, sobald sie 3, 4 Minuten haben, sagen sie kurz Bescheid, dann komm ich kurz mit der Bestellliste vorbei, dann können wir die kurz durchspielen. Perfekt, perfekt, super, liebe Grüße an Mr. Tremblay, ne? Ja, ich wünsche erstmal was, schöne Grüße vom Team. Danke, tschüss, tschüss. Ich finde, das ist ein gutes System, so. Keine Tauchanzeige, ich habe 0 gedrückt, ich mache das immer, wenn ich Auto fahre, weil ich finde es geiler, wenn das hat so aufgeräumt ist. Hallo, Walter Weiß. Hallo, Herr Weiß, Matthew Teebich von Ruizien News hier, Sie hatten bei uns angerufen. Ja, ähm, ich würde so um 16 Uhr mal bei Ihnen vorbeikommen, ja? Äh, okay, ich bin aber alleine im Moment und ich bin quasi Junior Reporter, also wenn es irgendwas ist in Richtung Chefetage oder sowas. Ne, ne, ist nur ein Statement, das können Sie ja auch schreiben, das können Sie ja dann weitergeben. Okay, ja, dann, äh, warte ich über 16 Uhr, alles klar. Alles klar, bis gleich. Bis gleich, tschau, tschau. Biiiiiiiiiiiiiiiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Döll, 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 döll. Alle döll, dölls in den Chat, Leute. Alle mal döll, dölls. Genau, ich muss noch ganz kurz die Subs vorlesen. Parzival.de, danke für neun Monate. Weil ich lese auch jeden Sub vor, ne? Das ist euer Geld, was ihr hier im Stream lasst. Und da sage ich auch Dankeschön. Nusstastatur, danke für 23 Monate. Little Ruffy, danke für zwei Monate. Smentis, danke dir für 16 Monate mit deinem Prime Sub. So. Dankeschön, Leute. Danke, Marvin, für 1000 Bits. Dankeschön. Sweet Pie, danke dir für 19 Monate. Danke. Ich kann mal sagen, was döll, döll heißt. Dankeschön, Leute. Guten Tag. Hallo, Herr Weiß. Herr Weiß? Vorhin war ein Herr Underwood hier. Da wollte er sich wohl irgendwie bei Ihnen bedanken. Aber ich hatte ihm gesagt, dass er es heute Abend noch mal irgendwie probieren soll, ja. Ja, und da wurde... Wovon? Er meinte irgendwie Kussi auf Drift Shop. Sie wissen, worum es geht. Ne. Weiß ich leider auch nicht. Aber er kommt später nochmal, hat er gesagt? Ja, ja. Also 17, 18 Uhr wollte er nochmal probieren. Alles klar, ich danke Ihnen, ja? Ja. Ist es ruhig? Ja, also wir hatten vorhin wohl eine 10,99 Situation heute Vormittag mit Herr Larsen. Von den Ballers am Drift Shop hat wohl eine P-19, meinte er, gezogen. Eine Schusswaffe, nachdem er da wohl auch provoziert hatte und irgendwie meinte, dass er da Polizeikleidung vorbeibringen möchte. Mehr weiß ich da auch nicht, aber Herr Larsen wollte wohl heute auch nochmal in den Dienst kommen. Wer hat denn die 10, also der hat, also ein Zivilist hat eine Waffe gezogen. Genau, und dann hat Herr Larsen den Ballen mit dem Schlagstock eine übergebrettert. Ach krass, okay, alles klar. Heute Vormittag? Ja, ja, irgendwie so um 12 wohl, 12, 13, irgendwie so in dem Zeitraum. So, okay, alles klar. Würde ich danke Ihnen, ja? Ja, immer gern. Guten Tag. Guten Tag. Pidino, non sie full check. Check. Auf dem Tisch geklaut. So, los Bude, was geht? Hi. Liebe Leute, Dankeschön für den ganzen Support. Danke für 43 Subs heute. Ich hoffe, euch gefällt der Stream. Dankeschön, dass 1700 Leute schon um 15.45 Uhr dabei sind. Morgen gibt es auch einen Stream, am Donnerstag gibt es einen Stream und am Freitag gibt es einen Stream. Also diese Woche ziehen wir nochmal richtig schön durch. Was ist der 31. für ein Tag, Leute? Der 31. Kann man sich mittlerweile auf den Stuhl da setzen? Ich habe jeden Tag die Hoffnung. Jeden Tag. Wen lang hast du einen Piddy? Chief of Police. Ich habe jeden Tag die Hoffnung, dass die Devs das machen. Nein. Freitag, okay. Ich würde das so füllen, wenn man sich auf diesen fucking Stuhl setzen könnte. Aber guck mal, wer da ist. Na? Hallo? Kurze Frage. Ja. Haben wir gerade ein paar Officers im Dienst oder sind wir gerade nur unsere Besatzung hier? Nee, ganz, ganz mager. Also es ist, glaube ich, nur wir und eine SD-Streife oben. Ja, okay. Und Frau Nuck ist in der Forensik. Okay, Frau Nuck ist in der Forensik. Alles klar. Genau. Gut, ich danke Ihnen, ja? Immer gern. Ich weiß nicht, das wäre gut hier. Vielleicht schon informiert, dass NSF hier so ein Reif war. Also gar nicht, die ist schon gar nicht da. Quatsch. Quatsch mit Mayonnaise. Das wäre echt unangenehm. So, dann gehen wir, wir sehen uns mal kurz den Puppets aufreißen. 517-S1020, Sandy-Schaufgangstelle. Check. Aber vorher holt sich der Denory live einen Kaffee. Ich bin sofort wieder da, Leute, ja? Eine Sekunde. Oh, einmal kurz strecken. Alter, wir streamen schon wieder zwei Stunden. Was? Was? Wir streamen einfach schon wieder fucking zwei Stunden, Leute. Zeit, die rennt so, wenn man RP spielt. Ich kriege das gar nicht mit. 517-S1020. 517-S1020. Check. 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 Vielen Dank. 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 Okay, let's go. Ich bin mal kurz bei Wiese News. Bist du eine Sau? Bist du bringe ich schon? Die Schöne, ich bin schnitt wie ein Hund, weil dann würde ich mich in die verlieben. So. Genau so in die Verliebungen, ne? Guck mal, wie toll du bist. Guck mal, wie toll du bist. Die PD-4 wird eine Reife besetzen, wenn du so möglich kommst. Hey, wieder. Komm mal, Sitz. PD-4-Gende. Sitz. Komm mal, Sitz. Komm. Kann ich Ihnen helfen, Sir? Ah, ich hab mir nur gedacht, die 405 ist jetzt. Ja, die 405 fährt nur ganz kurz zur Visa News. Alles klar. Ja. Dann gute Fahrt. Danke. Danke. Okay. Die 405 benötigt meine 1010 am Startpark, hier ist eine Person, die betrunken gerade Fahrrad gefahren ist und hier auch ziemlich komisch sich verhält. Ich habe einen Folgetermin, die Person hat eine dunkle Hose und ein rot-schwarzes Oberteil an und befindet sich gerade am Kiosk. Ja, PD 94, haben Sie das so mit? Ja, PD 94, haben Sie das so mit? Ich bin auf dem Weg. Ja, check die 99, warte kurz, bis Sie hier in den Treff kommen. 4-0 verwende. Hallo? Ist alles okay bei Ihnen? Ja, bei mir ist alles super und bei Ihnen. Sie haben Sie zu viel getrunken, Sir? Leitstelle, hörst du noch? Nö, getrunken habe ich gar nichts. Ich besitze die 4-4-3. Getrunken, konsumiert. Bitte? Ich habe nur vorhin bei, wie heißt der Laden, Piazza Rosso? Ja. Rosso, ja. Ja, ein bisschen was, ich habe gegessen und getrunken. Wo haben Sie denn getrunken? Mit Sprank? Ja, laufen Sie mal doch mal bitte einmal zu dem Mülleimer. Zu welchen? Zu dem vor Ihnen hier, direkt. Zu dem? Ja. Okay. Warten Sie mal kurz. Bringen Sie da mal einen Drogen- und Alkoholtest mit. Check. Wieso? Was habe ich denn verbrochen? Sie sind gerade als erstes mit Ihrem Fahrrad komplett durch eine durchgezogene Linie kreuz und quer über die Straße gefahren. Ich hätte sie beinahe platt gefahren. Zweitens sind Sie betrunken mit dem Fahrrad gefahren. Ihr habt kein Stückchen Alkohol getrunken hier. Mir geht es nur super. Ihnen geht es super. Aber Drogen gab es auch nicht, ja? Nehmen Sie mal einen Pillchen, Cannabis-Joint, wie wissen Sie nicht? Keine Ahnung. Ja, zeigen Sie mal einen Kollegen mal Ihren Ausweis gleich. Okay. Habe ich Ihnen ja gerade erklärt. Ja, okay. Ja, der Herr ist halt stark. Er hat Drogen oder Alkohol konsumiert, ich weiß es nicht. Bitte schön. Dankeschön. Haben Sie einmal den Ausweis? Das hatte ich doch gestern schon mal, oder nicht? Der Name kommt bekannt vor, ja? Weiß ich nicht. Ich habe gestern auch eine Kontrolle in... Auserläss. Weiß ich nicht mehr, da hinten oder irgendwie sowas, ja. Haben Sie irgendwas zu sich genommen, erinnerlich? Gucken Sie mal, laufen Sie mal zu der Bank, bitte. Die Bank hinter Ihnen. Zu derer? Ja. Oder zu derer? Ne, ist egal. Ja, ist schon so eindeutig, dass da was nicht ganz stimmen kann. Ja, also machen Sie einen Drogenalkoholtest, bringen Sie ihn am besten auch mal zum MD, wenn da jemand ist und... Kann ich wiederkommen, oder? Ja, kommen Sie her, machen Sie mal den Test. Und das, okay. Ja. So. Muss ich den machen? Äh, ja, Sir. Warum? Das wäre Ihnen zu empfehlen, weil Sie ein Fahrzeug im Fahrzeug offensichtlich, naja, auf dem Fahrrad unterwegs, oder? Das ist kein Fenster, Frieder, das ist ein Fernseher. Aber das ist da versichtlich in einem Bereich, das in dem Zustand passiert. Okay. Dementsprechend, ähm, ja. Kommst du her! Geil, geil! Geil, geil! Ja, können Sie meinen? Ja, meinen wir. Ähm... Ich hab jetzt hier mal... ...den... ...Alkoholtest. Einmal schön... Ne, Sie müssen ihm den nicht geben. Ja, geben Sie mir wieder zurück. Achso. Soll ich's machen? Ja, machen Sie mal. Geben Sie mir mal den Test. Wer... ...Irgen oder... Wenn Sie wollen, wir machen es. Jetzt geben Sie mir mal den Test. Wir machen es durch und raus. Äh, äh... Los! Sollen pusten! Hallo? Hören Sie? Äh, pusten Sie! Wissen Sie, wie das geht? Ja, ein Pust. Ja, ja, okay, 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 danke. Das war ja schon... Haben Sie, haben Sie, haben Sie auch den, äh, Drogentest dabei, Sir? Drogentest habe ich dabei, ja. Okay, null Promille. Ich weiß nicht, ob das irgendwie stimmt. Muss ich da auch pusten oder was ist das jetzt? Nee, das wird einfach von Ihren Händen abgestrichen. Ich schmeiß mal das Stück hier weg. Von meinen Händen? Okay. Und kriegen Sie das mit dem Drogentest hin, Kollege, oder soll ich das machen? Ja, das machen Sie auch, Sie. Dann geben Sie mal her. Dann gebe ich Ihnen das Gerät wieder für den Drogenalkoholtest. Dann fange ich das mit ins Auto. Den Schnelltest werden wir dann verwerfen. Genau. Stecken Sie mal Ihre Hände aus, Sir. Hm? So, ich streich mal hier ab. Und da von der Stirn auch noch. Danke, Sie können die Hände runternehmen. Okay. Aber es dauert ein bisschen. Jo. Aber wie geht es Ihnen daher? Leck mir mal aus. Das war ein Zapp. Und mir geht es super. Ich komme da hinten aus, wie heißt es, West-West-Putschi oder so. Nö, ja, geht. Ich war ein bisschen Rad gefahren, Sport gemacht heute, ein bisschen. Ja. So. Der Test ist positiv. Positiv. Okay. Was heißt das jetzt für mich? Dass Sie Drogen konsumiert haben und ein Fahrzeug bewegt haben, Sir. Okay. So. Jetzt wird mein Kollege Sie einmal durchsuchen. Ja? Du? Warum? Ja, im Auto. Gehen Sie mal zum Auto und legen Sie die Hände einmal auf den Motorhaufen. Aber muss ich das machen? Ja. Ja. Okay. Dankeschön, Liquix, Malox, GSXR, Kev und Patty für eure Subs. Vielen Dank. Okay, jetzt sind Sie mir nicht. Ich bin kitzig. Herr Stau, warten Sie mal vor dem FD. Gute Frage. Moin erst mal. Moin. Haben Sie die Möglichkeit, wobei Sie machen keine Drogen- und Alkoholbluttests im FD, oder? Nee, leider nicht. Das machen wir nicht, nee. Okay, dann würde ich es aber nicht weiter aufhalten, ja? Ja, MD ist aber jemand da, falls Sie da jemanden suchen. Ja, check. Alles klar, ich danke Ihnen. Scheiß Tüllen, mal hier. Einzüge Fresse, Frieder. Nö, wir haben nur Zigaretten heute geraucht. Hat er was dabei? Ja. Wir haben auch nur Zigaretten dabei im Freizeug. Wir haben nur Zigaretten geraucht. Aber sonst hat er nichts dabei, ja? Na, nichts dabei. Ich habe den Drogentester gemacht, der war positiv. Können Sie hier sehen, Kollege. Denken Sie, hier steht es ja auch drauf. Vielleicht haben Sie sich selbst die Hände angestrichen und deswegen sind Sie positiv. Genau, genau. Nee, das haben wir schon gesehen, dass das von Ihnen genommen worden ist. Gerne Angst. Äh, wir machen jetzt... Das sagen Sie immer. Nimmst Sie die Hände wieder runter, Sir. Wir machen jetzt Folgendes. Mein Kollege wird Sie jetzt einmal zum Medical Department bringen. Dort werden Sie eine Blutentnahme machen, ja? Warum das? Weil Sie Drogen genommen haben und ein Fahrzeug bewegt haben. Laufen die ganze Zeit diese Hunde rum. Ja, ich höre es. Ja. Und ich möchte bitte, dass Sie, Kollege, auch noch ein Bild von dem... Was haben Sie für einen Rang, Officer? Die Hunde. Dass Sie ein Bild von dem Fahrrad machen, bitte. Ja. Und auch die Rahmnummer ausschreiben. Und abgleichen, ob er denn eine Schlüssel bei sich hat. Vom Schloss. Und dann haben Sie ein Beweisstück und machen eine Akte daraus, ja? Ja. Aber wieso, darf ich Ihnen nicht hier ein bisschen eine Zigarette rauchen? Ich weiß nicht mehr. Und wen haben Sie die Zigarette denn bekommen? Ja, vom Kiosk habe ich mir so eine Schachel gekauft und dann habe ich eine Zigarette geraucht. Ja, aber was haben Sie denn heute sonst noch zu sich genommen, Sir? Sie haben ja irgendwas genommen, was Sie ein bisschen... Ja, ne. Einen Sprank habe ich getrunken und eine Kalzone gegessen. Ja, und? Dings und, äh, wie heißt das? Bruschetta oder Bruschetta. Bruschetta. Wobei, ich bin da auch immer unsicher, wie es heißt. Zeige ich nicht ehrlich. Heißt das Bruschetta oder Bruschetta? Ich weiß es nicht. Der Herr hat mir irgendwie Bruschetta gesagt. Luhanna, danke schön für dein Subgift. Ja, da bin ich auch immer unsicher. Ne, äh... In der Karte steht Bruschetta. Genau, ne, passen Sie auch, Sir. Also das Ding ist, Sie dürfen halt, wenn Sie Drogen konsumiert haben, weder Fahrrad, Bus, LKW oder sonst noch was fahren. Auto auch nicht, Moped auch nicht, Roller nicht, Helikopter nicht fliegen, Flugzeug nicht fliegen, gar nichts. Aber Bus mitfahren, habe ich schon? Ja, mitfahren dürfen Sie aber nicht selber fahren. Ach so, okay. Ich dachte, das ist okay. Ja. So, und deswegen haben Sie sich jetzt hier strafbar gemacht. Sie sind praktisch unter Drogeneinfluss. Strafbar, was? Richtig. Sie sind ja unter Drogeneinfluss. Habe ich jetzt in den Knast? Ne, Sie kriegen wahrscheinlich eine Geldstrafe. Was, ne, gell? Ich bin, hab nicht so viel Geld. Ich meine, Herr. Stinky Cheese, Stinky Cheese, Stinky Cheese, Stinky Cheese, Stinky Cheese. Danke, Leute, für den Hypetrain, Dankeschön. Dass Sie in das hintere Fahrzeug dann einsteigen. No, ich denke, Handstein brauchen Sie ja nicht, sind ja kooperativ, ja? Denk ich mir auch. Bei den Ausweis, den Herren, was müssen Sie denn noch machen, Officer? Bitte? Was müssen Sie mit dem Tatverdächtige denn da noch machen? Tatverdächtige? Und lasse dort die Blutabnahme machen. Und, was machen Sie noch vorher? Kann ich nicht mit dem Taxi da hinfahren? Durchsucht habe ich schon. Ne, was machen Sie noch? Achso, die Aufklärung kommt noch, ja. Die Rechte vorlesen, bitte. Die Rechte kriegt ihr noch vorgelesen, genau. Aber kann ich nicht mit dem Taxi, Herr, noch mitfahren? Nein, das machen wir jetzt, ja. Wegen einem Polizeitaxi. Der Officer war aber sehr wackelig, ne? Ja, haben wir auch mit Blaulicht. Ja, natürlich. Der war wirklich positiv, der Test, ja. So, Abend. Aber welches von den drei Fahrzeugen... Hören Sie bitte zu jetzt, meinem Kollegen, bitte. Welche PID-Nummer haben Sie? Das vorletzte, PD-94. PID-90, okay. Hören Sie PD-94 bitte zu. Ich habe Ihnen jetzt was zu sagen und Sie müssen das dann auch... Okay. Ja, Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Können Sie sich keinen Leistung, wie Ihnen einer gestellt, ist kein Anwalt erreichbar. Müssen Sie sich selbst verteidigen. Haben Sie das verstanden? Glaube schon, ja. Okay, gut. Dann wären wir hier soweit durch. Das heißt, Sie wurden gesehen, wie Sie das Fahrrad... Richtig, ich bin der Zeuge. Sie tragen mich bitte in die Akte ein. Ja. Ich werde meine Aussage dann einfügen, ja? Alles klar, machen wir. Gut. Alles klar, dann... Gut. Gutes Gelingen. Haben Sie sich aufgeschrieben, wann Sie den belehrt haben, den Sir? 16.08 Uhr. 16.07 Uhr. 16.07 Uhr. 16.07 Uhr. Ja, perfekt. Alles klar. Haben Sie Ihr Fahrrad verschlossen, Sir? Ist verschlossen, ich habe es kontrolliert, ja. Gut, dann bringen Sie den Herrn einmal zum MD. Ja, gutes Gelingen. Danke. Darf ich vorne sitzen? Warum? Aber vorne ist cooler, wenn Sie mit Blaulicht fahren. Eieieieiei. Die PD-94, die muss aber nochmal in die Mangel genommen werden. Äh? Oder? Ein bisschen wackelig, die Nummer. Jetzt habe ich den Drogen und den Alkoholtest von dem Wagen dabei. Ja, geil. Mittag schon Chaos in der Stadt, ey. Und eine Töne, die Welt. Nichts Panne? Ach, da muss ich hin. 4-4-3, ähm, mit einer Geführungsfahrt ins MD. Check. Holzels! Gestern schon in den Thermen gewesen, oder was habe ich gehört? Die 21 ist die nächsten 30 bis 40 Minuten nur in Notfällen per Telefon zu erreichen. Check. Entschuldigung für die Verspätung. Ich hatte leider noch einen betrunkenen Radfahrer vor mir, den ich gerade noch kurz überprüfen musste. Oh, okay. Kein Problem, alles gut. So. Hallo, Herr Weiß. Ein wunderschönen. Wen habe ich denn vor mir? Haben Sie beide einen Presseausweis oder sowas? Ja, na klar. Ja, können wir natürlich zeigen. Zeigst du dann zuerst, Pete? Ja, also mein Name ist Pete Brooks. Hm? Da ist mein Ausweis. Junior Reporter, okay? Ja? Genau. Und? Ich bin Matthew Tibi, bin auch Junior Reporter. Okay. Etwas höherrangiges haben sie aktuell leider nicht im Gebäude. Nein, das passt, passt, passt. Okay, kurze Frage. Haben Sie irgendwie Kaffee und was Kleines zu essen? Ja, wir können gerne nach oben gehen. Ja, gut, dann folge ich Ihnen. Danke. Perfekt. So, ich guck mal kurz, was haben wir denn hier noch? Ähm, der Drogentest stand über meine Kamera. Ah, ich würde das nochmal so wie es aussieht. 4, 4, 13, 20, MD. Check. So, was darf das denn für ein Kaffee sein? Wollen Sie ein Italo-Americano? Ja, nämlich. Passt, passt, passt. Ganz klassisch. So, zack. So, zack. PD 94 für die PD 99 kommen. Ja, T. Nachdem Sie den Auftrag abgeschlossen haben, fahren Sie bitte das Michelin-Department an und warten Sie vor meinem Büro bezüglich der Rückgabe des Drogentests. Ja, verstanden. Ja, check. PD 99 gerne. So. So. Sie unterhalten oder im Besprechungsraum? Bitte schön. Dankeschön. Ist ihr, haben Sie noch was Kleines zu essen? Ja, bestimmt auch. Was haben wir denn hier noch? Ist ihr, ihr, ähm, ja. Wäre gut, wenn wir das in einem Büro besprechen. Ja, das kriegen wir hin. Ähm, Schokoladen-Cousine, Jack & White-Cookie, der passt. So. Wir machen das einmal ganz kurz in der Tüte. So. So, bitteschön. Sehr nett. Sehr nett. So, dann gehen wir am besten hinten ins großen Büro, würde ich sagen. Ja, ich soll gehen. Ja. Alles klar. Und Tisch hätte ich gerne auch in der PD, ne? Für Besprechung. So geil, Alter. So. Soll ich mich setzen? Ja. Ja, wir würden, äh, Wir würden tatsächlich stehen bleiben. Okay, bleibe lieber auch. Okay. Ja, die Stühle hier sind, äh, sportlich. Glaub am Künstler. Ich hab's mit dem Rücken. Ne, pass uns auf. Ähm, ähm, ich bleib einfach stehen. So. Okay. Folgende Sache. Also, ähm, wir haben gerade mit Vision News um, lassen Sie mich schauen, um 14 Uhr ein Artikel veröffentlicht, ähm, ich hab mit Mrs. Laurent darüber gesprochen, ähm, und ich soll jetzt herkommen und mit Ihnen das hier einmal klären. Ähm, ähm, also folgendes. Ähm, dieser Artikel muss wieder offline genommen werden, weil, muss er uns Vision News verklagen. Verstehen Sie, das möchte ich nicht. Denn tatsächlich ist folgende Sache. Nicht, dass LSPD ist an dieser Geschichte mit dem Helikopter das Problem, sondern einzelne Officer, die selbstständig gehandelt haben und zwar nicht im Interesse des LSPDs. Ähm, das ist nicht unsere Herangehensweise, wie man tatsächlich daran arbeitet. Da hat Frau Laurent mir eine, äh, hat Frau Laurent eine Falschinformation mit weitergegeben. Das ist dringend, dass Sie das bitte korrigieren, sonst kann ich den Artikel offline nehmen und kann sie in ihrem Presserecht auch tatsächlich beschneiden. Nein, das möchte ich nicht. Ja? Mhm. Ja. Weil, äh, das ist ja auf absolut falschen, faktischen, äh, Grundlagen, dieser Artikel. Hinzu kommt, dass die entsprechenden Officer bereits durch das LSPD massiv Geldstrafen zahlen mussten, sanktioniert wurden, degradiert wurden und Disziplinarstrafen bekommen haben. Äh, das kommt zusätzlich und privat jetzt wahrscheinlich auch Probleme bekommen. Daher möchte ich nochmal betonen, das LSPD nimmt sich hier komplett aus der Verantwortung für das BCSO, kann ich nicht sprechen, da müssen Sie gesondert hinfahren und eine, ähm, eine, äh, Frage stellen oder Fragen stellen. Aber, wie nochmal gesagt, das LSPD nimmt sich hier komplett aus der Verantwortung, da die Officer eigenständig nicht in Funktion als Police Officer ohne Auftragslage gehandelt haben, sondern das selbstständig entschieden haben, da, äh, den Helikopter. Aus der Gefecht zu setzen. Okay, äh, ich gehe davon aus, dass die Informationen jetzt hier vertraulich sind, also wir schreiben die nur auf, damit wir quasi unseren Chefs begründen können, warum der Artikel runter muss. Das erstens, und ich gebe Ihnen jetzt auch nochmal das offizielle Pressestatement dazu, äh, was ich Ihnen jetzt sagen würde, ähm, und ich würde es begrüßen, wenn Sie es dann auch so publizieren. Und zwar klingt das folgendermaßen, ähm, das Los Angeles Police Department weist jegliche Schuld von sich, da die entsprechenden handelten Officer nicht im Interesse des LSPDs gehandelt haben, sondern eigenständig und sich über Anweisungen des LSPDs widersetzt haben. Aufgrund dessen hat das LSPD entsprechend gehandelt und eine Disziplinarstrafe sowie Geldstrafen gegenüber den Police Officern verhängt. Eine Mitarbeiterin des Blank County Sheriff Office war federführend in der Situation und daher verweisen wir auf das BCSO für weitere Anfragen. Das LSPD nimmt sich ja aus der kompletten Verantwortung in der Hauptschuld raus und, und nochmals, dies war ein handelnder Officer, selbst war zwar in Uniform, aber ohne Anweisung eines Vorgesetzten. Okay. Ja? Also haben die Officer im Dienst gehandelt? Ähm, negativ, Sir. Ähm, es gab keine Auftragslage, es gab eine Mitarbeiterin eines BCSOs, die hat, ähm, diesen Helikopter unflugbar gemacht, sozusagen, und, äh, das war weder ein Auftrag noch eine Einsatzlage. Das war komplett eigenständiges Handeln unter den Officern. Und wir distanzieren uns, ich betone nochmal, an allem, dafür gab es auch harte Strafen innerhalb der Behörde. Weil das ist nicht unser Handeln. Es gibt kein Generalverdacht, es gibt keine Anweisung der Führung oder sonstiges, das zu verstrecken. Es gab auch keine Auftragslage. Weil reines Handeln im Interesse der einzelnen Personen, nicht der Behörde. Das ist zu differenzieren. Aber die Officer waren de facto im Dienst unterwegs. Spielt keine Rolle, Sir, wenn ich, äh, in meiner Dienstkleidung bin und ich schieße jemanden in den Kopf, dann werde ich belangt und nicht das Department. Sie haben, passen Sie auf, es gibt zwei Differenzen, das erkläre ich Ihnen. Also, die erste Differenz ist, wenn ein Police Officer eine Auftragslage bekommt, wir sagen jetzt, es wird ein Einsatz gemeldet, okay? Es heißt, ähm, es gibt eine Schießerei an einer Tankstelle. Und die Officer fahren dorthin und verüben einen Einsatz, der aufgrund eines Notfalls passiert. Oder ein Officer fährt dorthin und macht eine Präventivmaßnahme und schießt einfach auf einen Reifen von einem Auto, weil das Auto schwarz ist und das Auto wurde eine Woche vorher wo gesehen. Das ist nicht das Handeln eines Police Officers. Das ist das Handeln einer einzelnen Person, die das für sich entscheidet. Nicht die Behörde. Das entspricht nicht unseren ethischen Werten. Ja, verstehe ich. Also, wir haben ja nicht umsonst die Officer sanktioniert. Die wurden degradiert, suspendiert und mit Geldstrafen belegt. Außerdem entspringt das LSPD hier in der Verteidigung. Das ist Privatanliegen, das müssen die Leute unter sich ausmachen mit den entsprechenden Klägern. Das ist nicht eine Sache der Behörde. Okay. Ja, die Art der Strafe ist jetzt wieder intern, also dass sie degradiert wurden und so weiter, die kommen sicherlich nicht. Das können Sie ruhig. Ich würde es wohl so, wenn Sie disziplinar und Geldstrafen benennen. Okay, genau. Das wäre sehr wünschenswert. Sie haben gerade eben eine Kollegin namentlich benannt, Frau Laurent. Ja, die Frau Laurent ist ja tatsächlich federführende Anwältin in dem Fall, laut meinem Kenntnisstand, mit Herrn Maximus zusammen. Ich würde es begrüßen, wenn Sie Frau Laurent darüber informieren, dass sie dem Anwaltsgeheimnis unterliegt und dass es ein neues Gesetz gibt, das besagt, dass wenn sie dieses bricht und Informationen aus ihrer Art und Weise an die Presse weiterträgt, dass es hoch, extrem zu bestrafen sei. Das Anwaltsgeheimnis gilt es ja nicht umsonst. Und das ist fatal. So, und ich werde mich jetzt mit dem Staat auseinandersetzen, um ein verschärftes Presserecht durchzuführen, weil es kann nicht sein, dass Anwälte Freifahrtsscheine haben, um Informationen, die vertraulich behandelt zu werden, die an die Öffentlichkeit zu tragen. Könnte sein, muss es nicht. Ich betone es nochmal. Ich würde es nur mit auf den Weg geben, sollte sie es nicht gewesen sein, wovon ich allerdings nicht ausgehe, weil ich Frau Laurent schon etwas kenne, distanziere ich mich natürlich und entschuldige mich. Werfe das nur in den Raum. Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, also wir richten das natürlich aus, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass sie das persönlich mit ihr besprechen. Ja, so negativ, da besteht keinerlei Interesse. Wie kommt's? Forensik geschmuggelt zu haben und diese tatsächlich illegal veräußert zu haben, inklusive Mordfälle gefährdet zu haben. Frau Laurent wusste davon und während wir Mr. Maximus gesucht haben, hat sie Frau Laurent praktisch versteckt und hat Herrn Maximus einem Straftäter sozusagen Unterschlupf und Sonstiges gewährt. Somit kann ich nicht verstehen, warum eine Dame mit deren Kaliber hier wieder tätig ist. Sie wurde ja nicht umsonst entlassen. Ja. Ja gut, dazu können wir glaube ich nichts sagen. Genau, ja. Also ich sage Ihnen das nur, Sie sollten ein bisschen aufpassen, mit wem Sie da zusammenarbeiten, aber es ist ja letztendlich Ihre Sache. Ja gut, ich persönlich bin letzten Endes Fan davon, dass man solche Dinge möglichst persönlich klärt. Haben wir versucht, Sir. An dem Abend haben wir versucht mehrmals, die Dame sogar mit dem Verlagschef damals hier, haben wir versucht mit der Dame das Gespräch zu suchen. Die hat den Verlagschef verarscht, sie ist hier nicht aufgetaucht, hat das LSPD zum Narren gehalten, sie hat die Staatsanwälte zum Narren gehalten, die Richter. Das war eine absolute Shitshow und dann hat man die Leute in der Wüste gefunden, verkleidet mit mexikanischem Akzent, fragen sie nicht. Absolut kuriose Menschen, also dass die eine Anwaltslizenz bekommen hat, das ist, da füllen wir die Worte. Wilde Geschichte. Ja gut, das können wir natürlich irgendwo nicht beurteilen, das hören wir jetzt gerade von Ihrer Seite, haben wir von der anderen Seite natürlich nicht gehört. Was wir definitiv machen werden, ist, das Ganze halt entsprechend an die Chefredaktion weiterzuleiten, weil wir selber als Juniareporter haben keinerlei Berechtigung, den Artikel auch nur zu bearbeiten. Unabhängig davon gilt halt auch jetzt mehrseitig Pressefreiheit etc., das hatten Sie gerade schon angesprochen. Ja, aber wissen Sie, was mein Problem ist? Schauen Sie mal. Einseitige Berichterstattung. Das ist das Erste, die Neutralitätsgebot ist hier nicht gegeben. Wissen Sie warum? Die Anfrage an das LSPD wurde um 21.26 Uhr gestellt, der Artikel wurde um 14 Uhr aktiviert. Wir haben nicht mal 24 Stunden Zeit gehabt, darauf zu reagieren. Das ist, wie kann man, wie soll man, wissen Sie, das Problem ist, die neue Herausgeberin von diesem Blatt hier ist meines Wissens nach auch mit Mrs. Laurent gut. Deswegen arbeitet Frau Laurent auch wieder hier. Das Problem ist, dieser Artikel dient lediglich dazu da, das LSPD zu denunzieren und nicht die Zusammenarbeit anzustreben. Ich stehe hier nur, weil Sie gerade ans Telefon gegangen sind. Wäre jetzt jemand anderes ans Telefon gegangen und zwar keine neutralen Personen, würde ich hier nicht stehen. So, und ich bin gewollt, die Zusammenarbeit mit Visenews komplett einzustellen, weil tatsächlich, ich sage es nochmal, um 21.26 Uhr schickt man die Antwort, äh, die Anfrage und um 14.00 Uhr daraufhin veröffentliche ich mal den Artikel. Das ist, seien Sie ehrlich, das müssen Sie auch zugeben, ist nicht sonderlich förderlich für eine Zusammenarbeit. Es ist zumindest außergewöhnlich, ja, das Vorgehen. Ja. Ich würde aber, ich würde aber tatsächlich, also ja, Zeit hätte man durchaus Minimum 24 Stunden geben müssen. Ähm, ich würde aber tatsächlich nicht so weit gehen und das sage ich Ihnen gerade als neutrale Person, nicht als Angestellter von der Prometheus Media Group. Äh, ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass es irgendwo, wie soll ich sagen, dem LSPD schaden soll. Ich gehe davon aus, dass es eine Mischung war aus, äh, ja, zeitkritisch plus heikles Thema, plus wie gehen wir weiter vor? Wollen wir jetzt noch, ich sage mal, zwei Tage warten oder wollen wir das Thema dann eben veröffentlichen und eben erwähnen, dass es derzeit noch kein Statement gibt? Ja. Also ich glaube nicht, dass man hier absichtlich, ja, nach den letzten Tagen... Beim besten, wenn, also Sie müssen, Sie müssen halt verstehen, nochmal, die Verlagschefin ist mit der Frau Laurent ja befreundet. Die Frau Laurent hasst das LSPD, ja, die Frau Laurent wurde damals vom ehemaligen Verlagschef hier aus dem Dienst gestellt, da sie sich sehr, sehr seltsam verhalten hat. Also, Sir, bei allem Respekt, sehr, sehr seltsam. Ja, in die Wüste flieht und auf einem mexikanischen Akzent vortäuscht und so, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Die hat mit Leuten aus der Grove Street geschlafen als Staatsanwälte, um die Leute zu manipulieren. Ich kann Ihnen ja Geschichte erzählen, ist auch egal. Der Fakt ist nur, dass Frau Laurent Interesse daran hat, dem LSPD zu schaden, ist ja ganz klar, weil sie nämlich auch als Anwältin gegen das LSPD arbeitet. Sie hat also ihren Einfluss genutzt in ihrem Amt oder in ihrer Tätigkeit, um die Presse zu manipulieren. So, das ist wahrscheinlich, ich sag's nochmal, wahrscheinlich der Fakt, ja. So, und deswegen bin ich auch gerade hier und rede mit Ihnen. So, und ich bin Ihnen, ich sag Ihnen ehrlich, solange die Frau Laurent hier tätig sein wird, wird das LSPD jegliche Pressearbeit einstellen und auch nichts mehr beantworten. Weil wir müssen uns auch selber schützen. Es tut mir leid, ich will Sie nicht damit erpressen, da müssen Sie Recherchen anders betreiben. Aber ich kann Ihnen nur sagen, dass diese Dame eine Gefahr ist für alle Leute, die irgendwie hier arbeiten und auch generell. Und ich werde das nicht unterstützen mit meiner Behörde, weil das ist, das ist, also beim besten Willen. Es wurden einfach Waffen aus einer Bundesbehörde gestohlen. Jetzt haben Sie gerade eben, also ich will es nicht allzu lange aufhören, Sie haben unfassbar viel wahrscheinlich zu tun. Jetzt haben Sie gerade eben vor einigen Minuten erwähnt, das sollte herauskommen, dass Frau Laurent kein gar nichts mit dem Artikel zu tun hat, was ich nicht weiß. Also, das wissen Sie, der Radius der Leute ist sehr, sehr gering, die das wissen können. Schauen Sie, wir nehmen das mal weg, wir nehmen diesen Artikel mal beiseite. Ja, wir nehmen jetzt, wir nehmen jetzt diesen ganzen Artikel beiseite. Dass Frau Laurent überhaupt hier wieder tätig ist, nach allem, was passiert ist, ist schon ein Statement an sich. So, das ist der entscheidende Punkt. Ja, äh, deswegen. Ja, das ist schwierig. Also, ich denke, dass es grundsätzlich so ist, dass wir auch von Wiesel News daran interessiert sind, dass die Zusammenarbeit weiter stattfindet zwischen ihrer Behörde und uns. Ich denke, gerade auch jetzt in dieser Zeit mit Operation Black war das eine sehr gute Zusammenarbeit. Fand ich auch. Ich glaube, da ist gar keinem geholfen, wenn das halt jetzt irgendwie auseinanderbricht. Der Ball liegt bei Ihnen, nicht bei mir. Ja, ja. Also, Sie müssen es verstehen. Stellen Sie sich mal vor, der Geiselnehmer, der letztens hier war, den ich übrigens gestellt habe, der Mr. Riggs hier in dem Büro nebenan und drei weitere Mitarbeiter von Jans Geisel genommen haben. Ja, ich war dabei. Richtig, Sie erinnern sich. Ich habe Sie hier rausgeholt, korrekt? Genau. So. Ja. So, und ich habe alle drei Leute tatsächlich auch auf die Anklage bringen können. Der entscheidende Punkt ist nur der. Stellen Sie mal vor, den würde ich jetzt im LSPD einstellen. So, Sie würden sich doch auch verarsch fühlen, oder? Durchaus, ja. Ja, so, das ist der Knackpunkt. Also, so, und das ist, Sie würden auch sagen, also unter solchen Voraussetzungen können wir nicht mit Ihnen zusammenarbeiten. Und deswegen würde ich Ihnen sagen, das Gleiche ist auch bei uns so. Solange die Dame hier tätig ist und Artikel publiziert und auf internen LSPD-Veranstaltungen auftaucht, wo wir die Presse einladen, ist das LSPD nicht gewollt, die Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten. Und das muss ich Ihnen da damit so auf den Weg geben. Also ganz unabhängig davon, was bezüglich des Artikels rauskommt, und wer letzten Endes für die Veröffentlichung verantwortlich ist, etc. Ganz unabhängig davon, ob sie damit auch nur ansatzweise zu tun hat oder nicht. Richtig, Sir. Es geht, schauen Sie, es geht um die Einstellung an sich. Nochmal, denken Sie darüber nach, warum der ehemalige Verlagschef die Dame gekündigt hat. Und warum die neue Verlagschefin die wieder einstellt, weil die befreundet sind. Aber der Kündigungsgrund, dass Sie in Ihrer Funktion als Staatsanwältin Leute manipuliert hat zugunsten Ihrer Aussagen, das sind alles nur Faktoren, die da mit reinspielen. So, das ist keine Grundbasis für journalistische Arbeit, meiner Meinung nach. Das ist befangen, das ist nicht neutral, das ist, dann arbeitet sie noch als Anwältin, hat also Zugriff auf allesamt Informationen, die sie an die Presse weitertragen kann. Das ist, diese Überschneidung alleine darf in diesem Staat eigentlich gar nicht existieren. Das ist ja ein Interessenskonflikt. Das ist ja logisch. Extrem problematisch auf jeden Fall. Ja, also, das ist ja, bin ich ein Anwalt oder Staatsanwalt, darf ich nicht bei der Presse arbeiten, aufgrund der Tatsache, dass ich gar nicht neutral bin. So, man muss einen Pressekodex hier im Staat etablieren und der muss sowas beinhalten, meiner Meinung nach. Also, darf nicht sein. Und hören Sie, ich will hier auch niemanden, ich bin mit Visinews, ich gucke mir gerne Ihre Berichte an und ich bin sehr stolz darauf, wie Sie das alles aufbauen und durch Visinews erfährt man so viel, was in der Stadt passiert, abseits dessen. Ich weiß, was mit meinem Horoskop ist. Ich lese mir das auch gerne durch, so ist es nicht. Aber es geht mir gerade darum, ich will ja gerne mit Visinews zusammenarbeiten und ich will sie gerne vorladen, ich will sie gerne bei, also nicht vorladen, einladen, ich will sie gerne bei Pressekonferenz dabei haben, ich will sie gerne am Ort des Geschehens dabei haben, aber nicht unter diesen Voraussetzungen, wenn diese Dame hier tätig ist. Dann vielleicht nur noch eine abschließende Frage, entschuldigen Sie die unangenehme Frage vielleicht, aber Sie wissen, Sie kennen schon die vier Grundsäulen der Demokratie, richtig? Absolut, ich kenne aber auch die vier Grundsäulen der Demokratie seitens des LSPDs und das Schützen der Officer. Und wenn ich tatsächlich, ich bin in der Pflicht dafür zu sorgen, dass meine Mitarbeiter in einem, vor allem jetzt nach diesen Terroranschlägen, in dem höchsten Grade des Schutzes agieren können und wenn eine Frau Laurent, ehemalige Staatsanwältin mit Gangstern und auch, man nennt sie in den Fachkreisen OGs, das sind die Leute, die in TERFs, also in Gangvierteln, sozusagen das Sargen einer Straßengänge unter sich haben, mit denen in die Kiste springt, während sie Staatsanwältin ist, um diese zu manipulieren und Zeugeninformationen rauszukriegen, dann frage ich mich, wo ich meine Officer da schütze, weil letztendlich kann sie auch die Officer ausliefern, keiner weiß das. Wissen Sie, was ich meine? So, das ist ein Pulverfass, diese Frau, und die ist eine Gefahr für jeden Police Officer. Die 61 Funkschecks. Das ist das Problem. Also nicht, schauen Sie, nicht Ihr Medium an sich ist das Problem, sondern die einzelnen Komponente in diesem Medium, welches dafür sorgt, dass overall Officer in Gefahr geraten, weil diese Dame über Leichen geht. Und laut des Partners habe ich, also das hat die Frau Laurent mir selbst gesagt, das will ich Ihnen nochmal kurz mit auf den Weg geben, die Frau Laurent hat mir selber gesagt, dass sie mit Leuten sexuelle Handlungen durchzogen hat, um diese zu manipulieren, das hat sie mir in einem Vier-Augen-Gespräch natürlich gesagt, mit Frau Marshall zusammen, genau, sexuelle Handlungen verübt hat, um Leute zu manipulieren, während sie Staatsanwältin war, und um Informationen herauszubekommen. Also sie hat praktisch ihre Mittel genutzt, ihre weiblichen Reize, um eine Person zu manipulieren zu ihren Gunsten. Das ist Journalismus, oder was? Ja gut, ich meine, ich persönlich bin so ein bisschen der Meinung, also ich kann jetzt persönlich so viel davon sagen, mir ist aber bewusst, um die Fachbegriffe jetzt nochmal kurz auf den Tisch zu legen, Legislative, Exekutive, Judikative und Publikative, die in dem Fall wir sind, eben diese vier Konsoren sind. Und wenn sie aufgrund einer Mitarbeiterin, ganz unabhängig von dem, was da ist, und wie sie tickt, und keine Ahnung was, eine dieser vier sollen einstürzen, gefährden sie, ganz spitz ausgedrückt, die Grundthematik der Demokratie. Oder ich bevorzuge das andere Medium. Weil es ist ja die Zivilbevölkerung weiterhin informiert. Also somit stürzt sich die Demokratie nicht ein, ich streiche nur ein Part der Informationsbeschaffenheit. Und sie können sich ja dann in ihren Artikeln auf den Observer beruhen. Zum Beispiel. Oder berufen. Was natürlich dann für sie konkurrenzmäßig eine Katastrophe ist, da sie hinten anstehen. Also das Konkurrenz, also meine persönliche Meinung ist, dass Herr Wicks da tatsächlich eine relativ gute Arbeit macht, als Marktmitleiter. Natürlich macht er das, aber er hat ja schon dann natürlich die Oberhand, was die exklusive Berichterstattung geht. Das heißt, diese News läuft hinterher. Schauen Sie, Sir, nochmal. Ich verstehe Ihren Punkt. Und Sie haben ja da möglicherweise auch recht mit. In irgendeiner Hinsicht. Aber, ich will nochmal betonen, drehen Sie das Ganze um. Der Geiselnehmer arbeitet, der hier tätig, der hier Ihnen ein Messer an die Kehle gehalten hat, arbeitet auf einmal beim LSPD. Sie würden den Ort genauso meiden. Das brauchen Sie mir auch nie erzählen. Ja, das ist ja klar. Grundsätzlich basiert ja hier alles auch auf gegenseitigem Vertrauen. Und ich fände es halt auch, wie mein Kollege, sehr schade, wenn das halt wegen einer Kollegin wirklich leidet. Ja, der Ball liegt bei Ihnen. Ja, halt ein paar Etagen höher als bei uns. Aber grundsätzlich ist es so, dass, also ich spreche jetzt für mich, ich denke auch für meinen Kollegen, wir gehen halt grundsätzlich an Artikel ran, mit der Vorgabe neutral und objektiv zu berichten. Und vor allem auch wahrheitsgemäß. Von daher, ja, es ist halt schwierig, dass eine Person das so beeinflusst. Ich habe dann eine Frage. Haben Sie keinen ethischen Rat hierbei? Also wissen Sie, ich kenne, dass Medien einen moralischen und ethischen Rat haben, die den Pressekodex, also es gibt ja so einen allgemeinen Pressekodex, der besagt zum Beispiel, wir müssen immer zwei Seiten anhören, um dann eine Stellung, einen Artikel zu veröffentlichen, Recherche. Aber hier ist es so, man gibt halt, man wirft was in den Raum und dann sagt man einfach, ja wisst ihr was? So, wir hauen das jetzt raus. Die andere Seite kann sich nachträglich äußern. Der Groschi ist ja, also der Penny ist ja schon gefallen in der Situation. Die Leute sind ja schon in einer Hinsicht gewissermaßen manipuliert und informiert. Ja, es ist ja schon irgendwo eine Manipulation. Es ist ein Anti-LSPD-Bild. Das LSPD schießt einfach auf den Helikopter. So, die Hintergründe, warum das passiert ist, wird im Artikel erst später erörtert, aber im ersten Moment hat man schon tatsächlich den Weg geebnet für die Menschen, dass sie dann auf diese Anti-Haltung geht. Und wissen Sie, da stehe ich jetzt auch für meine Kollegen ein, die das gemacht haben. Wir haben in den letzten Tagen hier den Staat auf dem Zahnfleisch wirklich versucht zu beschützen. Ich selbst wurde entführt. Wir hatten verrückte Psychopathen, die Bomben hochgehen lassen. Autos wurden in der Luft gesprengt, alles. Dieser Helikopter stand an einer sehr ungünstigen Situation, an einem sehr ungünstigen Ort. Und die Officer haben eigenständig entschieden, dass das eine Gefahr sein könnte, was allerdings unter Generalverdacht fällt. So, davon distanzieren wir uns ja. Aber der Fakt ist, jetzt den Police Officern, die hier eigentlich die Helden der letzten Wochen waren und letzten Tagen, hier so an den Pranger zu stellen, weil da eine Anwältin, die persönliche Interesse hat, mit der Verlagschefin befreundet ist, die ebenfalls in dem Fall persönlich recherchiert, das finde ich sehr traurig. Und ich sage Ihnen ehrlich, auch wenn wir es müssen, es ist leider unterlassene Hilfeleistung, wenn wir es nicht machen würden, aber wenn mich hier jemand anrufen würde und würde sagen, hier sind gerade Geiseln, dann könnte ich rein hypothetisch sagen, nee, das fahren wir erst verzögert an. Würde ich niemals tun, ich war der Erste, der hier war. Aber was ist das für eine Dankbarkeit, verstehen Sie? Wir offern unser Leben und dann stellt man uns so in den Pranger und gibt uns nicht mal 24 bis 48 Stunden Zeit, zu reagieren. Das ist eine Schande, sage ich Ihnen. Ja, also ich glaube, wir sind uns hier einig in dem Raum, dass der Artikel so wie er ist eine Katastrophe ist. Und je länger er auch steht, umso schlimmer wird es halt. Aber wir haben halt gerade auch nicht die Möglichkeit, den jetzt einfach runterzunehmen. Wir müssen wirklich warten auf Leute, die das hier... Können Sie den nicht mal deaktivieren? Nein. Also wir haben als Junior-Reporter, können wir nur unsere eigenen von uns selbst publizierten Artikel editieren. Ach, krass. Also gerade, was der Kollege auch gerade gesagt hat, war auch mein erster Gedanke. Also sage ich Ihnen auch als Angestellter, ich finde es halt schwierig, dass man dann nur mal 24 Stunden gegeben hat. Das kann und darf auch nicht unser Anspruch sein. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Ich weiß nicht, warum die Entscheidung so getroffen wurde. Was wir definitiv machen werden. Ihr Statement, ich habe mir Ihre Worte soweit aufgeschrieben. Ich werde das entsprechend weiterleiten an unsere Chefredakteurin. Und ich meine, im Artikel ist ja auch die Rede davon, dass sobald da ein Statement da ist, wird das Ganze in einem Update veröffentlicht. Ich persönlich würde halt empfehlen, also wir werden das natürlich so weitergeben, auch Ihr Feedback bezüglich der Zusammenarbeit und der Einstellung, solange die Kollegin hier noch tätig ist. Ich würde aber empfehlen, dass Sie sich dann vielleicht noch mal mit der Chefetage dann von uns auch noch mal an einen Tisch setzen. Ja, definitiv, klar. Wir geben es weiter, aber es bringt nichts, wenn man das über zwei, drei, vier Ecken jetzt macht, sondern ich glaube, in dem Fall kommen wir gemeinsam nur zu einer Lösung, die für beide Seiten gut ist, wenn alle Seiten sich an einen Tisch setzen. Ja, alles klar. Ich danke Ihnen dennoch. Ja, wie gesagt, Sie können dafür nichts halt... Ja, alles gut. Alles okay. Wie gesagt, im Grundkern kann ich das schon nachvollziehen, dass Sie da auch not abused sind, not amused sind. Und ich wollte mich aber an der Stelle, auch wenn es jetzt mit dem Thema nicht so viel zu tun hat, von meiner Seite als Junior Reporter und Pete spricht da vielleicht auch genau zu, bedanken für die Gelegenheit bei der Pressekonferenz zuletzt noch, weil das für uns, gerade als die, die wir noch relativ neu auf San Andreas sind, sehr spannend und eine coole Erfahrung gewesen ist. Ja, definitiv. Ich weiß, wie gut wir zusammenarbeiten können. Ja, das hat auch super geklappt und ich habe auch den Videobericht gesehen und ich finde, Sie machen das auch sehr gut. Wie gesagt, ja, ich hoffe, da kann man dran arbeiten und dann beruhigt sich die Situation wieder. Aber wie gesagt, so, können Sie mir den Ausgang zeigen? Ja, klar. Kriegen wir ein. Eine Info der Info-Signal. Doch, doch, aber ich will nicht unnötig sein. Also wie gesagt, eine kleine Schonfrist bräuchten wir wahrscheinlich, bis der Artikel runterkommt, weil wir es halt nicht machen können. Aber wir leiten sofort weiter und hoffen, dass dann auch dementsprechend reagiert wird. Okay. Oder beziehungsweise wir sind uns sicher, dass da reagiert wird. Wir hoffen das nicht noch. Wunderbar, alles klar. Gut, dann danke ich Ihnen beiden und wünsche Ihnen noch einen entspannten Tag erst mal, ja? Das wünsche ich mir auch. Ihnen auch, Dankeschön. Hören Sie, ich habe eine Frage. Ist es für Sie nicht eigentlich interessant, dass Sie, also an Sie beide, dass Sie so einen Skandal mal aufdecken würden? Dass eine ehemalige Staatsanwältin sich, also ich meine das jetzt ganz offen und ehrlich, dass eine ehemalige Staatsanwältin sich in die Gangs geschlafen hat, um Zeugen zu manipulieren und so weiter und so fort? Sollte das nicht tatsächlich für Sie auch mal eine wichtige Relevanz spielen? Ja, grundsätzlich wacht man da schon auf als Journalist, aber wir kennen halt jetzt nur diese eine Seite, aber ja. Ja, ich kann Ihnen da gerne mal umfangreich... Also es sind Zustände, die nicht haltbar sind auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich kann Ihnen da umfangreich mal was zu sagen, aber das Problem ist, ich habe immer das Gefühl, wenn es intern... Wissen Sie, ich würde dieses Medium hier viel mehr respektieren, wenn Sie auch intern mal aufräumen würden, also selber sich an den Pranger stellen würden. Weil das würde zeigen, dass Sie wirklich neutral sind und daran arbeiten auch, dass Visinews tatsächlich nur daran interessiert ist, journalistisch aufzuarbeiten. Aber manchmal ist es halt einfach nur in den Pranger stellen. Ne? Also, ich sage Ihnen ehrlich, denken Sie drüber nach. Es ist eine ehemalige Staatsanwältin, die gerade als Anwältin arbeitet, wo der Partner im dringenden Tatverdacht steht, ich habe sogar Beweise, im dringenden Tatverdacht steht, Waffen aus dem LSPD gestohlen zu haben, die in Mordfilmen verwickelt waren, weshalb die Fälle ineinander gefallen sind. Hinzu kommt, das ist auch noch sehr wichtig, dass diese Staatsanwältin, also Frau Laurent war ja früher Staatsanwältin, das ist auch nachweisbar, tatsächlich in einem Intimverhältnis mit zwei Personen war, die zu ihren Gunsten bei der Staatsanwaltschaft vor dem Gericht, vor einem Richter manipuliert und gelogen haben. Recherchieren Sie mal da. Und ich sage Ihnen, dann haben Sie mal den Respekt, wenn Sie das hinbekommen. Ich hoffe, die Tür ist auf. Ich wollte den coolen Abgang machen, verdammt. Ja, das ist Ihnen nicht ganz gelungen. Also, ich merke schon, ich habe Sie bisher persönlich noch nicht kennengelernt. Sie sind wahrhaftig, also Sie haben Ihren Posten definitiv inne und präsentieren das auch gut nach draußen. Aber wir müssen auch unsere Seite verstehen. Ich bin jetzt seit zwei, drei Monaten hier. Ich habe mir jetzt Ihre Seite angehört. Ja, das klingt für einen Journalisten natürlich durchaus interessant. Gleichzeitig arbeite ich hier aber. Und das Ding ist, auch was das Thema betrifft, wenn das wirklich genau so geschehen ist, wie Sie es gesagt haben. Und wenn die Frau Laurent, die Kollegin da offenbar laut ihrer Meinung, ihrer Ansicht und was dann auch zu beweisen wäre oder was bewiesen werden kann, offenbar so viel, ich nenne es mal, ein Klammern Dreck am Stecken hat. Warum setzen Sie da nicht ganz oben an? Warum gehen Sie nicht zu unserem Verlagschef direkt, zu unserem CEO und klären das mit ihm? Wie ist der Name von ihm? Jetzt mein Name. Nein, von dem CEO. Martin Davis. Aber stellt Martin Davis die Leute ein oder haben Sie ein Personalmanagement, das es macht? Also Martin kann Leute einstellen und Mary-Kate ist Verlagschefin quasi, kann genauso gut Leute einstellen. Das Ding ist, wie gesagt, als Juniorreporter alles gut. Ich lebe für diesen Job. Ich liebe diesen Job. Und wenn Sie das gerade so erzählen, natürlich... Ich sage Ihnen, warum ich da nicht hingehen kann. Wollen Sie es wissen? Natürlich. Weil die beiden nämlich tatsächlich... Wissen Sie, schauen Sie mal. Ich habe Ihren Verlagschef, den CEO, damals angerufen. Und ich habe ihm gesagt, Sie müssen diese Dame dringend freistellen. Denn damals, genau wo das Brand heiß war, das ist so drei, vier Monate her, ein bisschen länger vielleicht, da habe ich dem Herrn Davis, sagen Sie, heißt er, ne? Habe ich ihm gesagt, passen Sie auf, eine Mitarbeiterin von Ihnen schläft mit Leuten, um tatsächlich, während sie Staatsanwältin war, um tatsächlich die Fälle zu ihren Gunsten zu manipulieren. Das haben sogar andere Police Officer gehört, während die Dame das ausgesagt hat, oben in der Wüste, wo wir Herrn Maximus festnehmen wollten, der auf einmal Mexikaner war. Warum auch immer, fragen Sie mich nicht. Die 61. Ist auch egal. Der Fakt ist, Mr. Davis war immer kooperativ. Nur in diesem Punkt fing er an zu stottern. Ich glaube, ohne dass ich dir da jemandem was unterstellen will, dass Frau Laurent mit ihm auch was hatte. Und er sich ebenfalls ertappt gefühlt hat. Denken Sie mal drüber nach. Weil der Fakt ist, er hat bei allem, schauen Sie in die Archive von Visa News. Es gab Informationen von mir, in einem Punkt habe ich aufgedeckt, dass die Staatsanwaltschaft Probleme gemacht hat. In einem anderen Punkt, ich habe so viele Informationen immer an Visa News weitergegeben, weil ich Herrn Davis sehr geschätzt habe, für die Zusammenarbeit. Er hat immer mit mir sich getroffen, wir haben uns ausgetauscht. Er hat sehr gute Artikel veröffentlicht, hat das zur Chefsache gemacht. Nur in diesem Punkt hat er gerudert. Und dann habe ich mit meiner Kollegin, die daneben stand, gesagt, warum ist das jetzt so? So, und das gab mir die Mutmaßung, dass die selbst untereinander was hatten und er deshalb nichts öffentlich machen wollte, weil er sich selber an den Prang erstellen würde. Verstehen Sie? Aber Fakt ist, dass Twinkie, ich kann Ihnen Details nennen, Twinkie aus South Wales, der in der Grove Street unten gearbeitet hat, äh, gearbeitet hat, der unten in der Grove Street gehaust hat, der jetzt lebenslang nicht im Prison sitzt, der wiederum hat mit Frau Laurent eine Affäre gehabt, weil Frau Laurent von Herrn Maximus, dem ehemaligen Detektiv des LSPDs, darauf angesetzt wurde, Sexualkontakte aufzubauen, um die Leute um den Finger für Information und Manipulation zu gerieren, um Fälle vor Gericht zu gewinnen. Das ist ein Riesenskandal. Haben Sie mit Herrn Davis im Nachgang nochmal darüber gesprochen? Natürlich. Dass Sie den Eindruck hatten, dass er stottert? Ja, Sir, das wird abgewatschelt. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Haben wir alles versucht. Alles. Sie wussten ja bis gerade eben nicht mal seinen Namen. Ja, ich weiß, wie er heißt und ich weiß auch, wie er aussieht, aber ich höre so viele Namen, Sir. Ich weiß aber, dass er das ist. Ich habe schon mehrmals mit ihm Gespräche gehabt. Also, wie gesagt, einerseits sehr interessant und wie gesagt, mein Journalist... Sie können das, Sie können das, schauen Sie, ich verstehe das, Sie können das in Frage stellen, das können Sie auch alles tun. Sie können auch sagen, ich glaube nicht, Sie wollen mir nur schaden. Ist all Ihre Entscheidung. Aber ich sage Ihnen jetzt abschließend eins, dann muss ich los. Hören Sie genau zu. Die Chronologie. Aus dem LSPD werden Waffen entwendet. Wir fragen bei Bythunter, dem IT-Unternehmen an, ob Sie bei uns in der Forensik eine Auswertung machen können, wer zu dem Zeitpunkt Zugriff auf die Forensik hatte. Das waren nämlich Waffen, also Beweismittel, die in Fällen dafür verwendet wurden, um herauszufinden, ob das tatsächlich Mordmerkmale in einem Gerichtsurteil definieren können. Also, ob da Fingerabdrücke und so weiter dran waren. Diese Waffen waren sehr essentielle, um Mordfälle aufzulösen. In dieser ganz kleinen Liste tauchten ein paar Detektives auf. Diese Detektives konnten aber in einem Ausschlussverfahren sehr schnell aus dieser Liste gestrichen werden, weil die Detektives sich sehr gut entlasten konnten. Der einzige Detektive, der sich nicht entlasten konnte, war Herr Maximus, der kurioserweise als Frau Marshall, Assistant Chief des LSPDs, um meine Wenigkeit, das herausgefunden haben, was hat er getan? Er ist auf einmal untergetaucht, als ob er es gewusst hätte. Warum taucht jemand unter, kündigt seinen Job auf einmal, wo diese Information innerhalb der Fügungsebene des LSPDs die Runde macht und ändert sein Aussehen und spricht nur noch Mexikanisch bzw. Spanisch? Das ergibt keinen Sinn. Also ein unschuldiger Mann braucht das ja nicht machen, richtig? Frau Laurent sollte dann helfen, Herrn Maximus aufzuspüren, da er im dringenden Tatverdacht war, Korruption zu begehen und tatsächlich Beweismittel zu unterschlagen. Was hat Frau Laurent gemacht, während ich mit Mr. Davis hier stand? Ich kann Ihnen sagen, ich stand mit zwei Officern hinter dieser Wand, wo der Fernseher ist. Und da haben wir uns versteckt, weil Frau Laurent sollte herkommen, sollte festgenommen werden, da sie ebenfalls im dringenden Tatverdacht stand. Wir haben dann Herrn Maximus irgendwann entdeckt, während Frau Laurent sich versteckt hat. Warum versteckt Frau Laurent sich? Sie hat doch nichts zu verbergen oder sie hat ja nichts gemacht. So, also haben wir Herrn Maximus irgendwann in der Wüste aufgespürt, haben ihn tatsächlich festgenommen, haben eine SMS bei ihm auf dem Telefon gefunden, wo er Frau Laurent noch eine SMS schreibt, bevor wir ihn festgenommen haben, zwei Sekunden vorher, hat er ihr geschrieben, du brauchst nicht mehr herkommen, komm nicht mehr her. Warum schreibt ihr ihr das? So, hinzu kommt, Herr Maximus wiederum hat dann tatsächlich so wenig Essen und zu sich genommen und getrunken, dass er vernehmungsunfähig ist. Also er hat kalkuliert, dass wir ihn festnehmen, dass er, wenn wir ihn festnehmen, er umkippt ins M-Demus, er ist nicht mehr vernehmungsfähig. Gott sei Dank haben die M-Dealer ihn da wieder auf die Beine geholt und dann haben wir tatsächlich herausgefunden, dass Herr Maximus uns in einem Vier-Augen-Gespräch beziehungsweise Augengespräch zugegeben hat, dass Frau Laurent tatsächlich für Informationen in South LS, in, ich weiß nicht mehr, der andere Fall, ich glaube, das war ein Biker, ich bin mir nicht mehr sicher, was der andere Fall war, das muss ich nochmal nachgucken in meinen Unterlagen, mit denen angefangen hat, sexuelle Bindungen aufzubauen, damit diese manipuliert werden können, damit vor Gericht zugunsten ihrer Staatsanwaltschaft, die das aussagt. Und das kann ihn sogar Mr. Twinkie persönlich im Stay-Prison bestätigen. Also, warum soll ich so eine Geschichte erfinden? Das wäre ja Oscar-reif. Es ist tatsächlich so passiert. Ich wäre jetzt auch direkt zu den Oscars gekommen, weil das, was Sie jetzt in den letzten 15 Minuten erzählen, klingt für mich ziemlich... Ja, aber was ich Ihnen damit sagen möchte, schauen Sie, der Punkt ist, das alles ist passiert und das ergibt keinen Sinn für mich nach wie vor. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass es passiert ist. Und die Frau Laurent wurde damals von Mr. Davis hier in Vision News freigestellt, während Herr Davis mit aller Kraft versucht hat, Frau Laurent hierher zu locken, damit wir sie festnehmen können, dass sie als Tatverdichtige ebenfalls im Raum stand. Sie sehen also, dass ihr Verlagschef selber in diesem ganzen Scheiß involviert war. Deswegen ist diese Anstellung für mich umso irritierender. Wissen Sie? Mhm. So. Genau, wir wollen das jetzt zum Abschluss bringen. Also grundsätzlich alles gut. Wir können da halt und werden da jetzt nicht so viel zu sagen. Es klingt natürlich sehr glaubwürdig und wenn Sie das sagen und auch belegen können, mag das eventuell so geschehen sein. Wie gesagt, wir geben das weiter. Zum einen bezüglich des Artikels, dass ihr Statement entsprechend hinzugefügt wird, dass das Ganze nochmal überarbeitet wird. Ich gehe davon aus, dass es aber dennoch veröffentlicht bleibt. Aber eben mit Statement. Ob das dann so geschehen wird, weiß ich nicht. Da muss natürlich unsere Chefin oder unser Chef sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen. Oder mit Herrn... Wie heißt der Ansprechpartner? Tanaka? Genau. Da habe ich auch schon mitbekommen, dass da reger Kontakt herrscht. Bezüglich der ganzen anderen Thematik, auch das geben wir weiter. Das sollten Sie nicht weitergeben. Das sollten Sie... Diese Geschichte, die ich Ihnen gegeben habe, sollten Sie selber für sich in Erfahrung bringen. Nein, nein, nein. Das meine ich nicht, dass wir das weitergeben, sondern generell, dass Frau Laurent der Knackpunkt des Ganzen ist, der im Moment dazu führt, dass die Zusammenarbeit beendet, schrägstrichen Frage gestellt wird. Wie gesagt, da bin ich der Meinung, dass sich da alle Parteien nochmal an einen Tisch setzen sollten, um das Ganze dann eben möglichst konstruktiv und direkt daneben zu diskutieren. Weil darüber kann und will ich natürlich als Junior Reporter hier nicht entscheiden. Und auch nicht viel dazu sagen. Ja, aber wie gesagt, das gehen wir weiter. Und bezüglich der Geschichte ist... Ja, meine Güte, auch das. Ich meine, das ist Vergangenheit, das ist Geschehen, das kann man nicht ändern, offenbar. Aber vielleicht hilft auch da ein Gespräch, was Sie dann nicht mit uns führen, sondern eben mit... Nein, Sie verstehen nicht, dass das... Ich muss kurz nur hier... Sie verstehen nicht, was das Problem ist. Es geht mir darum, dass Sie das journalistisch aufarbeiten und erklären, dass, wenn ich das sage, Vision News nicht auch der sauberste Laden der Welt ist. Und wenn Sie darüber einen Artikel bringen und sich selber in Kritik bringen, dass eine Staatsanwältin, die auch bei Ihnen tätig war oder ist, solche Sachen abgezogen hat, dann zeigen Sie mir, dass Sie Neutralität waren. Weil dann weiß ich, dass Sie tatsächlich journalistischen Anspruch haben. Das ist ja auch logisch. Ich stehe ja auch hier und stehe für meine Police Officer ein. Und hören Sie, im Grunde habe ich die Police Officer jetzt auf die Schlachtbank geführt. Aber es ist nun mal so, dass das... Man muss manchmal für solche Sachen auch einstehen. Ja? Ja, man muss Fehler einstehen. Wir sind alle menschlich. Fehler gehören dazu. Genau. Alles klar. Gut, dann... Ich danke Ihnen denn auch für das Gespräch, ja? Alles klar. Tschüss. Bis dann. Ciao. Das meine ich immer. Guck mal, die machen da nichts draus. Weißt du, ey, das ist so ein geiler RP-Strang, wo die jetzt dran arbeiten könnten, die beiden. Das sind so kleine Reporter, die jetzt sowas Geiles nutzen könnten, aber... Die könnten so dreckige Wäsche da drin aufräumen, ne? So schade, Mann. Das ist unser eigenes Haus, da machen wir nichts gegen. Oh. Äh, weil ich gerade zufälligerweise ins RDP geguckt habe. Ja. Eugende Sache, ich habe jetzt ein Interview mit Visa News gegeben, Statement. Ähm, es tut mir natürlich leid für die Kollegen, aber, ähm, ich habe jetzt gesagt, dass LSPD distanziert sich von diesen Handlungen, weil das nicht in unserer Interesse und ethischen Werten ist, blablabla. Die Officer haben selbstständig gehandelt. Wir müssen hier ein bisschen den Schaden von der, von uns gerade abwenden, da wir, ähm, das müssen die Officer auch verstehen. Oh, ne? Äh, danke, Herr Jäger. Bis, äh, Samstag. Ja. Ja. Okay. Okay, ja. Ich komme mal zum, äh, Mission Road Department. Ja? Äh, ja. Ich, äh, fahre jetzt auch los. Ich bin so in fünf Minuten. Check. Alles klar. Dann bis gleich. Gut, tschüss, Chief. Na, Henker, kannst du aber auch nicht, äh, mehr so als Medium, äh, ernst nehmen, weil das Problem ist, da kommt auch immer Anti-PD direkt bei rum. Deswegen macht, also das ist, das ergibt keinen Sinn für uns so. Das ist für uns halt, äh, absolut irrelevant. Da setzt das PD auf seriöse Medien. Ja, der Henker sich selber so ein bisschen ins Blatt, äh, selber in den Arsch geschnitten. Ne, wie sagt man? Arsch ins Bein geschnitten. Bein geschossen. Der Observer ist auch sehr kritisch zu sehen, weil die Arbeit mit Visa News zusammen und schieben sich die Infos nur hin und her. Eigentlich fleisch geschnitten, so. Na, geschnitten. Sau geil. Ist ausgeschossen, genau. Ja, aber Henker hat auch viele Fälle verloren, muss man auch ehrlich sagen, ne? Also, zumindest auf Lucky Five. Das ist auch krass so. Ich hab der Visa News so oft gesagt, die sollen mal in der Mafia-Struktur, äh, die Nase reinstecken und so. Es wird alles halt nicht gemacht. Es wird immer nur LSPD, LSPD, LSPD und sowas. Das ist halt ein bisschen schade. So, Napier ist so ein geiler Charakter, der bietet so viel RP, machen die bei Visa News nichts draus. Die könnten so geile Storys haben mit dem, dass die Presse denen auf den Sack geht, dass die, äh, bei dem vor der Tür, äh, die die ganze Zeit hängen, ihn belästigen und so. Das kannst du so viel... Das LSPD bringt dich beim bösen Artikel nicht um. Ich glaub auch nicht, dass Napier jetzt jeden Journalisten umbringt. Naja, es gibt keinen einzigen Napier-Artikel. Ich kann ja mal gucken. Ein Anti-Napier-Artikel. Nö. Nö, seht ihr? Walter Weiss macht Theater. So. Der dicke Polizist. Es gibt hier keinen... Nein. Also wirklich so Langzeitjournalismus, so, ey, das würde ich so fühlen. Ach, Frieda. Danke dafür. Genau, da wird man als Journalist mal eingepackt und so. Das kann man alles, ey. Man kann so geile Sachen machen, aber sie nimmt es leider nicht an. Frieda, was sagst du dazu? Was sagst du dazu? Komm mal her. Ja? Siehst du das auch so? Ich bin da voll bei dir, Frieda. Danke, dass du heute auch nochmal zustimmst. Friedi-Box. Was sagst du dazu, Frieda? Die schreiben alle Döll in den Chat, Frieder, wegen dir. Wir haben alle wegen dir Döll 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 in den Chat. Wir haben alle wegen dir Döll 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 in den Chat. Weißt du, dass ich dich so lieb habe, du kleiner Keks? Siehst aus wie Yoda. Eine tolle Friede. Die tollste Friede, die man überhaupt haben kann. Ja. Vorsicht. Willst du hier bleiben? Dann bellst du ins Mikrofon, ne? Wo die noch klein war, hat die eine Windel an. Ja, weil die ihre Tage hat, ey. Wo die klein war, war so geil. Dann saß sie immer mal auf meinen Schoß, während ich gestreamt habe. Weißt du das noch, wo du immer da saß? Aber jetzt bist du eine dicke Wurst. Jetzt geht's nicht mehr. Hä? Wo ist die Friede? Kann mir einer sagen, wo die Friede ist? Ich such die Friede, wo ist sie denn? Da ist sie Friede! Da ist sie Friede! Da ist sie Friede! Da ist sie Friede! Warum bist du so schön? Kann mir das eine mal sagen? Du Pfote! Du Pfote! Du Pfötchen! Warum bist du so schön? Die ganze Zeit am Gehende, licht ich auf deinen Palastdrohnen da hinten. Und plopp! Ich darf Platz machen, ich darf dann Platz wieder. Oh. Oh. So. Der Red hat auch erledigt, Frieder, ne? Bist du jetzt? Nee, 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 nee. Nicht am PC. Nicht am PC, Baby. Phil, Dankeschön für acht Monate. The D-Universal, Dankeschön für zwei Monate. Und Danny, danke für 27 Monate. Ich schließe das immer aus Prinzip ab hier. So, jetzt müssen wir die Bestellliste machen. Achso, dem muss ich auch noch was geben. So. Hat er den Bluttest mitgemacht? Ja, sie haben ihn so eine Babysalbe drauf geschmiert, das nicht so weh tut. Oh je, mini. Tun Sie den Test dann wieder in den Streifenwagen, den Sie gerade hatten? Ja. Sie müssen das noch nachschulen, wie das... Auf jeden Fall. Ja, ja, das war das erste Mal. Es ist jetzt... Ich habe ja gerade den Kollegen noch gesagt, aufgrund der ganzen Krise in den letzten Tagen ist da einiges bei mir noch nicht ganz so, sitzt noch nicht ganz so. Okay, haben Sie... Genau, dann kann der Kollege... Haben Sie schon Drogen- und Alkohol-Tests gemacht? Eine 10,73? Öfter mal, ja. Ja, dann zeigen Sie dem Kollegen gleich mal, wie das draußen geht, ja? Alles klar. Super. Ja. Wir machen gerade die Akte. Wird noch ein bisschen dauern, das ist meine erste Akte dementsprechend. Ja, mal lassen Sie sich Zeit. Sie haben da Vorlagen und so, das wissen Sie, wie das geht, ne? Ja, ja, der Kollege hilft mir gerade. Ich habe mich an ihn gewarnt, weil ich so... Sehr schön. Ja, bringen Sie hin. Tragen Sie mich auch wegen meiner Aussage noch mit ein. Passt. Ja, alles klar. Machen wir. Danke. Danke. ESP, Dankeschön für 8 Monate. Der Arzt, danke dir für 58 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Hi, einen schönen Tag wünsche ich und wie geht's so? Mir geht's super. Danke der Nachfrage. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Oh. Ich hoffe, dir geht's so. 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 Nie zu meiner Bürokratie hier, ne? Kommen Sie rein, Herr Tanaka. Dann legen Sie mal los. Ja, ich komme mal einen Schritt näher, da muss ich nicht so schreien. Das haben wir schon, das haben wir auch. Bestellung. So, hier sind wir. Gerade. Die erste Sache ist die, was wir uns natürlich überlegen müssten, ob es Sinn macht, jetzt schon zu bestellen. Also alles wirklich. Aus dem Grund einfach dessen, wenn wir sowieso oder wenn Sie sowieso planen, irgendwann im nächsten Zeitraum gegebenenfalls andere Departments noch zu eröffnen und so weiter, ob es Sinn macht, alles hier einzulagern tatsächlich. Nee, also wir werden dann versuchen, uns ein Hauptlager zu machen. Das wird eventuell EastLS sein. Ja, ich habe tatsächlich einen besseren Standort schon gefunden. Da müssten wir nichts Neues bauen. Ja, was denn? Aber EastLS eröffnet sowieso das Department. Ja, kennen Sie das alte Ausbildungsgebäude auf Fort Sankodo? Ja, ja. Ja, wenn man da ein paar Schränke reinzimmert, da wäre theoretisch die Infrastruktur vorhanden, auch entsprechende Sicherheitseinrichtungen, Metalldetektoren und so weiter. Wenn man da einfach ein paar Schränke reinzimmert, sage ich mal. Aber Sie müssten halt jedes Mal, wenn Sie einen neuen Officer einstellen, mit dem da hochfahren, ne? Ja, Lösung für das Problem. Ich bin der Auffassung, also das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ich bin der Auffassung, dass wir weg müssen von diesem jeder gibt Sachen aus. Ja, ja, klar. Das führt nur zu Chaos. Ja, ja, aber ich würde das dennoch in der Stadt machen, weil das Problem ist, ich verstehe den Punkt, aber wir brauchen dennoch, gucken Sie mal, überlegen Sie mal, Sie fahren jedes Mal nach Fort Sankodo und wieder runter. Das heißt, Sie sind alleine hin und zurück 25, 30 Minuten unterwegs. Ja, ja. Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Also es geht ja nicht darum, dass in dem Police Department nicht irgendwie eine kleine Reserve gelagert ist. Ja, es gibt ein Zentrallager, genau, und auch Notfallausrüstung. Aber wir brauchen dennoch so einen Umschlagplatz, sage ich mal, wenn man das so möchte. Und das ist dann, würde ich das East LS Department nehmen, weil das ist halt sehr gut erreichbar. Ja, mir geht es halt auch darum, das wäre halt unfair dem Norden gegenüber. Ja, der Norden kann sich ja tatsächlich selber ein Dings aufbauen, ein Lager. Das würde ich tatsächlich, Sie sollen dann zum Beispiel das Grape Seed Department nehmen und bauen sich das dann selber dort auf. Dann hätte das auch wieder eine Bedeutung. Ja, das ist aber auch wieder verwaltungstechnisch natürlich, also... Aber ist nicht Ihr Bier, Hedanaka, da sind Sie raus. Das muss der Norden, muss das selber regeln. Also was die bestellen, ist deren Bier, nicht unseres. Die müssen uns das beantragen. Naja, tatsächlich ist es mein Bier geworden, seit Sie gesagt haben, dass die Buchhaltung in die Administration eingegliedert wird. Ja, ja, genau, hören Sie zu. Aber der Mitarbeiter, also der Mr. Tremblay oder der Mr. Kowalski, die müssen tatsächlich dennoch selber das in die Hand nehmen und ihnen zuarbeiten. Und ich bin der Meinung, dass oben im Norden gibt es ein Lager für die Sheriffs und in der Stadt fürs LSPD. Der Kowalski ist der Schirmherr für den Norden und auch für das Lager und für die Vergabe und wir für die Stadt. Das heißt, der Kowalski muss das tatsächlich dann handhaben und sich um die Bürokratie kümmern und gibt ihnen praktisch einfach Bescheid. Und dann ist das auch okay. Ja, okay. Ja, so geht es natürlich auch. Also war jetzt so mein Vorschlag, einfach einen zentralen Ort zu nehmen, wo beide gleich schnell hinbekommen. Wie gesagt, aber wenn Sie dann sagen, ist der lässt, dann braucht man theoretisch keine Reserveausrüstung in den einzelnen Departments beziehungsweise nur ein paar Hemden und Schwestern und so. Ja, es sei denn, dass es LS-Department fackelt mal ab. Was man nicht. Ja, deswegen würde ich gerne eigentlich von diesem, das wäre so ein Learning, Sachen im Police-Department lagern weg tatsächlich. Ja, am besten wäre eigentlich, wenn wir ein Gebäude hätten, was wir umzäunen könnten mit Kameras, wo man rein könnte, aber das in der Stadt ist und das ist halt LSPD-Horheitsgebiet, ne, aus Sperrbezirk. Wer da reingeht, muss ja einer in der Lagerhalle sein, wo Spinde drin sind. Ja, wie gesagt, also das wäre natürlich das Beste, ein Ort, den dann auch nur entsprechende Officer kennen, ja, der halt streng überwacht wird und ich würde das tatsächlich in Zukunft so machen, dass das Ding drei, vier Mal in der Woche auf hat, und wenn was fehlt, müssen die da hinkommen und wenn neue Leute eingestellt werden, muss sich sowieso der Käpt'n oder Commander darum kümmern und nicht last minute, sondern, ne, so wie es gehört halt. Ich werde mich mal mit dem Bauamt hinsetzen, ob ich da was ausarbeiten kann, das sollte kein Problem sein. Ja, und dann halt kann man ja sagen, ne, entweder es wird in die Operations eingegliedert oder Administration oder wo auch immer. Wichtig ist halt nur, dass dann einer zuständig ist. Operations, muss ich ehrlich sagen, fühle ich nicht so, wenn es darum geht, weil die sollen ja eigentlich draußen sein. Nächste Idee wäre natürlich, dass jeder einen Rang Sergeant hat, weil die sollen ja auch mal ein paar Pflichten wahrnehmen, dass jeder Sergeant hat, was er sich einmal im Monat Dienst schieben muss in der Wochenkammer. Der ist dann an dem Tag zuständig und dann weiß man auch genau, wenn was wegkommt, wer zuständig war und so weiter. Aber das ist Zukunft. Ja, richtig. Wie gesagt, aber so irgendwie wäre meine Vorstellung davon, einfach um zu gewährleisten, dass halt nicht jeder einfach da random reinläuft, sondern wirklich, es gibt fixe Tage dafür oder fixe Uhrzeiten und wenn da halt was wegkommt in diesen Uhrzeiten, dann ist halt derjenige, der den Dienst gehabt hat, Schuld. Punkt. Und so weiter. Irgendwie so. Weil jetzt, was haben wir jetzt? Wir haben eigentlich zehn Leute, die in die Waffenkammer können, die laufen da alle rein, machen, was sie wollen. Keiner macht den Mund auf und so weiter und ja. Okay, wie gesagt, ich würde mich darum bemühen, erstmal, dass wir den Ort dafür bekommen und laut meiner Information sollen die einzelnen Departments auch im Verlauf nächsten Monats an den Start gehen. Ich sage Ihnen, ja, wenn die Gebäude stehen, bis wir das alles auch umgeplant und eingeteilt haben, das wird jetzt erstmal ein sehr langer Prozess sein, ja, weil die Officer werden da auch Reibereien haben und Rumgeheule, Sie kennen das ja, aber genau. So, das ist der erste Punkt, genau, lassen wir uns mal die Bestellliste machen, weil dann haben wir das mal abgearbeitet. Also Fakt ist, wenn wir das alles bestellen, es wäre sehr gut, wenn wir das erstmal temporär wirklich, ja, ich überlege gerade, wo wir das lagern können erstmal, weil bis die Departments öffnet, dauert es noch. Ja, also theoretisch sind wir jetzt operabel, ja, ob wir das Zeug haben, was hier jetzt draufsteht, Aber kriegen wir das Zeug, alles was sie haben, hier unter erstmal? Wir kriegen es reingequetscht wahrscheinlich. Ja, da lassen wir es, wir reden hier über fast 100 Positionen tatsächlich. Ja, also dann würde ich sagen, wir lagern das erstmal alles hier und wir haben hoffentlich das Glück, dass dann bald die Departments öffnen, dann müssen wir zwar nochmal den Umzug machen, aber da werde ich die Chiefs der einzelnen Departments damit in Verantwortung nehmen, dass sie da tatkräftig unterstützen. Weil das ist auch deren Job. Ähm, genau. Gut, ähm, Plan wäre, ähm, war so zu bestellen, dass wir einmal einen fixen Stand haben. Mhm. Ähm, bei ein paar Sachen muss ich nochmal nachrechnen, weil sich da jetzt nochmal ein bisschen was verändert hat, weil die Leute einfach nicht hören auf mich, meiner Bitte nicht nachkommen. Ähm, ja, es wird halt so sein, oder das Bestellkonzept von mir wird eher so sein, dass, desto höher der Rang, desto weniger wird bestellt, ne? Ja, das ist ja auch logisch. Die hatten wir irgendwann 400 Gürtel liegen. Also, jetzt, ne? Wofür, ne? Ähm, ähm, oder, keine Ahnung, 30 Detective 2 Hemden und so. Plan wäre halt wirklich zu bestellen, das, was wir brauchen, ja, plus 5, ja, zum Beispiel, so ab Sergeant, weil, wie oft da nennen wir einen Sergeant? Ähm, dass jeder, der jetzt Sergeant ist, ein Hemd bekommt, ja, und dann halt zum Beispiel plus 5. Also, desto höher der Rang, desto weniger wird bestellt, logischerweise. Wäre halt auch wirklich, äh, das ergibt ja auch Sinn. Das ergibt ja auch Sinn. Ja. Bis, bis Officer 3, ne? In unserem Fall, äh, brauchen wir da so ungefähr 25 männliche Hemden und ein paar weibliche, ja, also 5, 6 Stück, ja, ähm, plus halt dann eine Reserve, ja, was weiß ich, von 20 als Beispiel jetzt, ähm, und dann ab Sergeant fängt es halt schon einen kleiner zu werden, ne? Äh, äh, 10, 10, 10, dann ab Sergeant 5, vielleicht nur noch 5 Hemden und so weiter. Also, äh, äh, das halt, dass man weiß, okay, wir hatten diese 5 Hemden, ja, als Reserve, ähm, ne? Wenn eins wegkommt, dann sieht man das ja oder merkt das und dann kann man auch zeitgerecht nachbestellen. Aber das ist halt auch alles Geld, was einfach rumliegt und eigentlich nur verstaubt. Ja, definitiv. Also, ich finde, klar, äh, wir brauchen jetzt keine 50 Commander Hemden. Auch, ne? Das ist halt... Ja, ich, 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 ich rechne das nochmal aus. Sie bekommen die Liste dann sowieso, bevor ich sie abschicke, bekommen sie die sowieso nochmal. Ähm, genau, ähm, bezüglich Dienstausrüstung, ähm, denke ich mal, dass, äh, eine Reserve von 5 Dienstausrüstungen pro Department ausreichend sind, ja? Also, für ein Department, was die in ihrem Department haben und der Rest halt im Zentrallager, ja? Ähm, als Beispiel jetzt, wenn es möglich ist, ne? Ansonsten wird die Summe natürlich noch ein bisschen erhöht, äh, aber 5 ist eigentlich ausreichend an Dienstausrüstung als Reserve, also 5 Sets, ne? Ja. Weil, eigentlich auch nur Geld und desto mehr wir hier rumliegen haben, desto mehr Zeit brauchen wir natürlich auch, um das zu verwalten. Äh, ist halt so, weil man muss halt dann regelmäßig die Seriennummern prüfen und, 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 und das dauert halt teilweise, äh, so wie jetzt beim BCCO bin ich seit, äh, 48 Stunden tatsächlich dran, ne? Mithilfe von zum Beispiel Trambley und so. Ähm, die bekommt von mir jetzt einmal, äh, beziehungsweise Trambley bekommt von mir jetzt einmal fix gezeigt, ja? Ähm, wie ich mir das vorstelle, ob er das machen will dann so weiter, ist sein Ding. Ähm, es geht halt nur darum, ich versuche ihm gerade ein bisschen zu erklären, wie er sich sein Leben einfacher macht, weil, ähm, äh, irgendwie hat das noch nicht so ganz hingehauen mit der Verwaltung, von diesen Sachen da oben. Ähm, aber da muss Herr Kowalski auch ein bisschen mehr hinterher sein. Das ist das Problem, das ist nicht so ihr, ihr Job, Herr Tanaka, Sie müssen sich auf das PD fokussieren, wir haben ja nicht umsonst die Leute getrennt. Naja, aber meine Abteilung, äh, ist ja gleichermaßen, äh, BCCO und hier, ne? Und nachdem ich keinen hochrangigen Officer am BCCO momentan habe, ähm, muss ich halt, selber mal gucken gehen, ne? es wird halt dann zu meinem Bier, sobald ich merke, dass da Unauffälligkeiten sind. Und das ist ja jetzt hier der Fall, deswegen, äh, zeige ich denen einmal das und danach müssen sie es halt selber verwalten. Ja, aber wir müssen dafür sorgen, dass sie sich auch erstens entlasten und zweitens sich nur auf das PD fokussieren. Kann nicht sein, dass die da oben immer Larifari machen und tatsächlich alles, äh, in die Taschen gedrückt bekommen von uns. Deren Aufgabe ist es selber, das Department zu verwalten, so. Und da muss Herr Kowalski viel mehr hinterher sein. Das mache ich auch nicht. Ich, ich stehe nur daneben, ja, machen müssen sie es selber, ne? Sykes hat es schon abbekommen, die hat, äh, letztens in der Nacht alle Spinte durchkontrolliert, äh, Trambley bekommt es ab und Kowalski bekommt es halt auch ab, ne? Also, äh, ich rühre da eigentlich selber keinen Finger. Dass sie daneben stehen, ist schon der Fehler. Ja, gut. Sie haben eigentlich andere Aufgaben. Ja, natürlich habe ich andere Aufgaben. Sie sollen auch mal Streife fahren, raus mit Ihnen, Herr Tanaka. Ja, das brauchen Sie auch. Ich, ich erkläre es Ihnen einmal vernünftig, ja, was Sie dann damit machen, interessiert mich nicht mehr. Das ist jetzt mein letzter Versuch, ja, da für Ordnung zu sorgen, weil sobald halt was fehlt oder so, dann wird es halt zwangsweise wieder bei meinem Problem, ja? Und wenn, wenn Sie dann sich hier hinstellen und mich fragen, was ist da oben los und ich kann Ihnen das nicht sagen, dann ist es ein bisschen schwierig, ne? Weil Sie sind ja nicht nur hierfür zuständig, Sie leiten ja die ganze Behörde und zu wem kommen Sie als erstes, wenn Sie Fragen haben? Bei sowas. Wahrscheinlich eher zu mir. Richtig. Weil Sie wissen, dass ich das alles notiert habe und deswegen, aber Sie müssen, Sie müssen, Sie müssen, Sie müssen, aber, und das klingt jetzt hart, was ich sage, die Behörde aber auch mal auf die Anführungszeichen Knauze fliegen lassen, weil dann mit Sie selber Ihren Workflow definiert, wissen Sie? Das ist, ein Herr Tanaka kann nicht überall sein, weil das war nicht die Abmachung. Ich war ja letztens oben, da waren wie viele Mitarbeiter von BCSO? Acht bis zehn, habe ich gesehen und wenn davon nur zwei Leute angelernt werden, den Verwaltungsapparat da oben aufzubauen, das reicht schon. Es ist ja nicht, es ist ja nicht Ihre Pflicht, es ist ja nicht Ihre Pflicht, überall zu sein, Herr Tanaka, sonst kippen Sie irgendwann um. Ja, das verstehe ich natürlich. Wenn du Scalabog gedanken für 38 Monate. Das ist auch nicht mein Ziel tatsächlich. Patrick, danke schön. Wie gesagt, ich lasse jetzt auch CoScaler immer mehr das Daily Business in der Administration machen. Das macht er meiner Meinung nach vernünftig. Ist auch ein guter. Fragen kann er natürlich immer zu mir kommen. Und oben mache ich das Gleiche. Also ich mache Wirtschaftserziehung und gleichzeitig Verwaltungserziehung. Und was die dann machen damit, ist mir dann eigentlich auch dann egal schlussendlich. Ich zeige es noch einmal, weil dann kann ich mich zum Schluss hinstellen und sagen, ich habe alles getan, ich habe es Ihnen gezeigt. Wenn was schief geht, ist es nicht mein Problem. Ja, korrekt. Das kann ich halt nur, wenn ich den vernünftig einmal gezeigt habe, wie es laufen sollte. Ja. Okay, alles klar. Gut, das ist die Sache. Ja, verschwundene Ausrüstung dann noch. Wie gesagt, ich will später nochmal bei bei Agent da anzurufen, der damals hier war. der Reichweite. Wegen der Langwaffe. Frag dann auch gleich an, ob die vielleicht Amtshilfe leisten können wegen der Servatenkammer. weil diese P99 war zu 100% in der Servatenkammer. Außer ich habe die auszusehen vernichtet oder so. Sie können aber bei Byte Hunter nochmal nachfragen, ob die tatsächlich das reproduzieren können. Das haben die damals auch gemacht, dass sie die Tür ausgelesen haben. Okay. Ja, ich würde es gerne erstmal anders versuchen, weil das Problem ist, ich selber kann momentan bei Byte Hunter nicht anfragen. Ja, verstehe ich. In der Anwaltsgeschichte. Aber ich kann auch im Sinne des LSPDs eine E-Mail hinschicken. Ja, mir geht es halt nur darum, ich würde die gerne einmal darüber informieren, weil es muss ein Commander gewesen sein, es geht nicht anders und ich glaube schon, dass es gut wäre, wenn wir das melden. ob es sich dann als Fehler meinerseits herausstellt, also ob ich mich vertan habe oder ob das Ding aus Versehen mit vernichtet wurde oder was auch immer, ist ja dann erstmal irrelevant, aber wichtig ist, dass ich es einmal gemeldet habe. Ja. Weil wie gesagt, es kann natürlich sein, dass im Chaos das irgendwie mit in die Forensik gerutscht ist und dann mit vernichtet wurde. Möchte ich nicht ausschließen. Ja. Wenn ein Commander reingeguckt hat, oh, da ist eine P99 ohne Seriennummer, die müssen wir noch vernichten. Wäre wünschenswert sogar, wenn es so wäre, weil dann wäre sie weg, aber wenn sie geklaut wurde, wäre es natürlich fatal wieder. Und das möchte ich ausschließen. Es gibt auch nur einen Officer, der eine P99 von mir bekommen hat für einen Abend, weil ihm seine Dienstausrüstung geklaut worden ist. Das war, als wir gerade auf Forza und Kudo waren. Das war ja nichts. Aber haben sie die wieder? Die hatte ich wieder bekommen. Dann können wir ihn ja ausschließen. Ja, ne? Aber ich will ihn trotzdem nochmal fragen, ne? Weil ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich war so viele Stunden im Dienst an jedes Detail erinnere ich mich auch nicht mehr. Es kann natürlich auch sein, dass ich die Waffe nicht eingezogen habe, ja? Beziehungsweise nicht im Spind gefunden habe, wovon ich momentan nicht ausgebe, weil dann hätte ich es mir wahrscheinlich nicht. Das ist der Punkt. Nächster Punkt ist, ähm, ich brauche noch kurz das hier. Die versucht sich ihre Windel auszuziehen, aber es klappt halt nicht. falsch. Ja, bin ich. und zwar haben wir finanziell gesehen, also ich habe da jetzt eine realistische Summe ausgerechnet, also was Dienstausrüstung angeht, haben wir circa 1,2 Millionen Schaden erlitten. Das sind, äh, aber meistens Schätzpreise, ja, die fair angesetzt sind, für ein Hemd 70, für eine Schusswaffe 2.500 Dollar und so weiter, weil wir haben keinen Preiskatalog, den bekomme ich auch komischerweise nicht, obwohl ich schon dreimal nachgefragt habe. Ähm, ja. Ja, wunderbar. Fahrzeugtechnisch haben wir einen, äh, Verlust von, äh, 24 Fahrzeugen zu beklagen. 24 Fahrzeuge haben wir verloren? Ja, davon, äh, sind sieben Stück, äh, Fahrräder. Ja, gut. Ähm, die rechne ich jetzt mal raus, weil die kosten 2.000, 3.000 Dollar, ne, das ist jetzt so dramatisch, ja, sind natürlich auch 14.000 Dollar, wenn man es so sieht, allerdings, ähm, 16 richtige Fahrzeuge verloren. Ähm, ich bin bei diesen Fahrzeugen, weil ich da auch nicht den genauen Preis ging, ja, von einem Durchschnittspreis von 150.000 Dollar ausgegangen tatsächlich pro Fahrzeug, weil das auch eher alles hochklassige Fahrzeuge waren jetzt, ne, äh, Dominator, Coquette, Interceptor und so weiter. Ähm, da haben wir dann einen Schaden von 2,4 Millionen, ja. Meine Güte. Ähm, das heißt, wir sind bei, äh, 3,6, ja, das Gebäude war frisch renoviert, ähm, ne, war ja in dem Zustand jetzt eineinhalb Jahre circa alt, ähm, ähm, ja, da veranschlage ich auch noch mal so 4 Millionen für. Ich glaube, das ist realistisch. Ähm, dann sind wir bei 7,6 Millionen, ähm, die ganzen Schäden und Materialschlachten, die während diesem Angriff entstanden sind, werden uns Kosten von, äh, circa 20.000 nochmal anfallen, ja, das ist bei der Summe natürlich, äh, habe ich da jetzt nicht eingerechnet, eigentlich. Humann noch. Ähm, das heißt, all over kommen wir wahrscheinlich so auf 7,8 Millionen Dollar Schaden. Schnapper. Ja. Ähm, genau. Okay, also für uns ist ja, also, was, was ich jetzt vorschlagen würde, ist, wir machen folgendes, wir bestellen den, also was wir brauchen ist auf jeden Fall, die Air One brauchen wir wieder. Dann brauchen wir, ähm, die entsprechende Dienstkleidung, wieder, den einzelnen Rängen, und die kaputten Fahrzeuge. Das ist so der aktuelle Stand. Dann kann uns noch der Bau des Extra, äh, Ortes für die Lagerung kosten, aber das weiß ich nicht, kann auch sein, dass es vom Start übernommen wird. Ja. Ähm, aber ja. Ähm, ja. Also, äh, ich muss da nochmal mit, äh, Cyprus, äh, reden, ja, wie das jetzt aussieht, äh, wegen den Fahrzeugen. Ähm, ich sage Ihnen ehrlich, Herr Tanakam, ich würde das ganz simpel machen. Ich würde die Bestellung gar nicht, äh, definieren, so, ich würde das alles einfach, ich würde sagen, sie bestellen fünf Commanderhemden, äh, oder, oder sechs, drei männlich, drei weiblich, wer weiß, wenn mal eines zerrissen wird oder so, dann bestellen sie, äh, zehn Chiefhemden, fünf weiblich, fünf männlich, äh, und das geht immer weiter nach unten, Staffel, und bei Officer machen sie einfach dann einen Pauschalwert. Wir können immer noch nachbestellen, wir haben ja sogar noch welche, aber ich würde, das habe ich, das habe ich auch so aufgegliedert, tatsächlich, ähm, also, hier fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, da muss ich noch die einzelnen Abteilungen fragen, äh, so wie zum Beispiel bei Swat, die Rambas, ja, also diese, äh, äh, hier, diese Swat-Keys, wie die die genannt haben, äh, Türauframdinger und so weiter, äh, da muss ich noch mal kurz nachfragen, weil ich weiß nicht, äh, genau, was die alles an Ausrüstung hatten, äh, aber ansonsten sind wir da eigentlich fast fertig, wie gesagt, ich denke mal, sie bekommen das spätestens morgen, äh, äh, haben den Schreibtisch zum nochmal abgleichen, ja, na, da ist dann, also da ist dann alles drauf, also da sind dann alle Hemden drauf, alle Hosen, äh, alle, alle Polo-Shirts, alle Pullover, also alles, was wir hatten, also alle fast 100 Positionen. Die hat echt die Windel ausbekommen, ich glaube es nicht. Dann haben sie wirklich alles da drauf, Fahrzeuge und so weiter. Dann, äh, achso, ja, Fahrzeuge muss ich auf eine getrennte Liste machen, weil es geht ja direkt an Cyprus. So. Ich glaube, die liebt die Windel. Äh, das ist jetzt so, äh, der Plan für die Bestellung, also, ach, das ist nicht unnötig kompliziert, Ja. Aber dass wir das abschließen können. Ja. Ja. Wie gesagt, ich habe auch hier und da schon mal mit, jemandem vom Warehouse geredet, äh, die wissen ungefähr, äh, glaube ich, was auf die zukommt, ja. Ich hoffe halt, der hat das kommuniziert, äh, der Herr, die, die, Ähm, wie gesagt, also, die wissen ungefähr, was auf sie zukommt. weiß es nicht. Was denken Sie, was uns die, die, die Ausflussung kosten wird, also nur die Uniform? Was hatten Sie gesagt? wir haben momentan von dem, Preis von 70 Dollar ausgehend, für, für ein Hemd zum Beispiel, äh, ähm, 10.000 Dollar, die Hosen sind, glaube ich, auch 70, äh, vier und halb, 14,5, Schutzwesten kosten, glaube ich, 500 das Stück. Ja, ich denke mal, realistisch ist mindestens, äh, mindestens nur für die Dienstausrüstung, also nur für Kleidung, 160 bis 200.000. Mhm, aber wir haben ja wahrscheinlich, das Budget haben wir doch, oder? Äh, ja, unlimitiert haben wir für sowas, ähm, okay, das ist sehr gut. Das Problem ist, äh, Mofak hat sich noch nicht zurückgemeldet, ich hatte eigentlich, äh, einen Extrarahmen angefragt, da hatte ich auch ein Extrakonto für aufgemacht, äh, nennt sich Konto, äh, äh, wo die das halt einzahlen können, aber bis jetzt haben die sich noch nicht gemeldet, müssen die wahrscheinlich nochmal gucken, da hatte ich erstmal 500.000, äh, äh, beantragt, ähm, und den Rest bekommen sie dann halt einfach zurück, ne? Brauchen. Okay. Da geht's jetzt nur für die Kleidung erstmal, weil für die Autos müssen wir dann sowieso, äh, warten, bis wir einen Kostenvoranschlag haben und das dann auch beantragen, weil das können wir mit unserem normalen Geld, was wir im Monat bekommen, nicht stemmen, wahrscheinlich. Ich hab gestern, ähm, auch eine interessante Erfahrung gemacht und es wird in nächster Zeit wieder hier ein Drama vom Herrn, äh, heimsuchen, der misst ja, also, ich bin nach Hause gefahren und dann standen dort Herr Gautier, Herr Naudo und Mrs., oh, Nova, wie heißt sie? Nova, heißt sie Nova? Nova vielleicht? Nova, Tova, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Dame vom LSPD, ähm, und die hat nichts mehr gesagt und der Herr, ähm, Gautier stand gegenüber von ihr und ich hab dann gesagt, was machen sie denn hier, was ist hier los? Und der Herr Naudo stand da in der Ecke. Fakt ist, Herr Gautier hat mit der Dame sexuelle, äh, Handlungen vollzogen, aber die Dame möchte jetzt nicht mal den Hock Gautier und macht das jetzt mit Herr Naudo. Frag mich manchmal, wo ich hier bin. Ganz ehrlich, Chief, verbieten sie wieder Beziehungen unter allen Officern, das ist... Wie kann das denn sein, also, ist das, ist das, also ist das, sagen wir mal Schlussverkauf, wie kann das denn sein, dass, dass, die einfach sagt, den Schwanz will ich nehmen, ich nehme jetzt den anderen und der eine Police Officer sagt dann, ja, okay, dann nehmen sie den anderen wieder. Was zur Hölle? Wissen Sie, ähm, ich bin jetzt kein Experte in sowas. Ich auch nicht, ich bin irritiert einfach. Es gibt halt Menschen, die setzen ihren Wert einfach zu niedrig an. Ja, aber, äh, Tanaka nochmal, ich, ich will diesen Ansatz nochmal verstehen. Da stehen drei Leute, da sagt die zu dem einen, ja, dich will ich nicht mehr und der andere steht aber daneben und wartet, bis das durch ist, damit er die vögeln kann. Was zur Hölle? Ja, was... Der eine wollte sich die Bestätigung, der eine wollte sich die Bestätigung holen, dass der andere, dass dann, also, der eine, der Herr Naudo, wollte die Bestätigung holen, dass Frau, äh, dass der Herr Gauthier jetzt fertig mit der ist und wenn er die Bestätigung hat, ist er dann dran. Was für eine kranke Scheiße. Das muss man sich mal überlegen. Der Herr, Herr Naudo, sag ich Ihnen ehrlich, ist die weibliche Bella Harley, äh, die männliche Bella Harley des LSPDs. Das ist ja unfassbar. Aber jetzt zusammenreißen müssen, der immer jetzt Commander ist, ne? Das ist gestern Abend passiert. Naja, also, im Endeffekt, er vertritt jetzt das PD auch in ihrem Namen, ne? Ja. Also, ich hoffe, dass er sich zusammenreißt. Ja, aber wenn die untereinander bumsen, das ist ja, ey. Naja, solange es halt nicht hier in den Dienst mitkommt, ist ja auch erstmal alles gut. Aber sie wissen es nicht. Wenn das Gespräch gestern gelaufen ist, hat der Herr Gauthier dann gesagt, ja, Naudo, ich bin jetzt fertig mit ihr und jetzt bist du dran. Okay, danke. Ich hoffe, nicht. Ja, aber so war das. Und ich habe ja noch gefragt, was ist hier los? Ja. Das ist ein Verein hier, wirklich. Ja. Ich wollte ja die Dienstanweisung gleich ändern. Es gibt viele Officer, glaube ich, die nicht ganz verstehen, wo die hier sind und was ihr Job ist. Nur was ich halt krass finde, dass ja die Police Officerinnen, also, ich nenne die jetzt nur noch Officer Matratze. Hm. Ja, Entschuldigung, aber was ist das denn? Ja? Hier wird ja rumgereicht wie ein heißer Schlüssel. Ich will mal mit der Streife fahren. Ja. Ähm. Ach Gott, der tolle Kau. Also wirklich, manche Sachen will ich einfach gar nicht wissen. Ich glaube, es ist besser, deswegen versuche ich mich da rauszuhalten, aber ich bekomme es leider Ich wollte ja damit gar nichts zu tun haben. Ich bin ja einfach nach Hause gegangen und das ist vor meiner Haustür passiert. Ich konnte dem ja nicht mal entweichen. Aber wie Herr Naudo daneben stand, er hat einfach nur gewartet, bis er dran ist. Das war so eine seltsame Situation, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, sowas. Ja. Ja. Meine Herren. Trova? Wie heißt die? Nova? Wie heißt die? Trova. Trova. 38 müsste das sein. Aber gibt es eine Trova und eine Nova oder ist das die gleiche? Das müsste die gleiche sein. Mal sehen. Ist die im Dienst? Warten Sie mal. Ich glaube, die schämt sich wohl im Bund. Nee, das glaube ich nicht. Doch. Habe ich doch gerade gelesen. Ich habe doch gerade den Namen gelesen. Chiefs, die sind immer noch nicht eingestempelt. Wollen sie heute kein Geld verdienen? Wollen sie da auch? Die gleich. Nee, die ist nicht im Dienst. Ist zwar ehrenwert, dass sie das Budget schonen wollen. Ich sprach für den Helikopter. Nee, ähm. Gut. Dann kommen wir noch mal zum ernsteren Thema, glaube ich. Mhm. Aber vielleicht stempeln sie sich doch vorher. Ja, ich mache das mal kurz. Kommen Sie mal wieder. Warten Sie. Sag mal, bist du bekloppt? Was frage ich denn überhaupt? So. Gut. Ähm. Ja. Dann, äh, kommen wir, äh, einmal, ähm, noch zu den neuen Gesetzen. Ähm, das meiste habe ich mir schon durchgelesen. Ja, ich habe mich gestern auch hingesetzt und durchgelesen, durchgelesen, durchgelesen. Ach, oh, Herr Tanaka, ich habe eine Improvisie. Da geht Ihnen der, da, da, da zücken Sie den Block, passen Sie auf der. Ja. Ich habe gestern eine Information bekommen, dass der Staatsanwalt Ibernoff, äh, Kokain auf dem Alamonia-Festival genommen hat. Ja, ich habe die E-Mail gelesen. Ja, ich bin dann, äh, äh, ich habe die Information von Miller bekommen, bin dann mit, äh, Herr Naudo durchhin gefahren und, äh, habe dann alle Marsch zusammengeholt und habe unter dem Vorwand, Herr, ähm, äh, Herr Ibernoff da hinkommen lassen, weil ich hatte Angst, der haut wieder ab oder so, ne? Sie kennen das ja manchmal, haben die Leute ja ein Instinkt. Und er kam dann und dann habe ich ihn halt festgenommen und er hat dann, äh, mir bestätigt, dass er Kokain, äh, und, äh, Cannabis konsumiert hat. Das war 20 Stunden vorher. Das heißt, jetzt überlegen Sie mal. Er hat einfach, währenddessen er high war, also Kokain hat ja eine Wirkungszeit auch, also ich glaube, man sollte schon eine Sperre von 24 Stunden verhängen, arbeitstechnisch, glaube ich. Äh, er hat einfach, während er auf Droge immer noch war und Rest, äh, äh, Alkohol im Blut hatte und so weiter, ist er hingegangen und hat, äh, äh, als Staatsanwalt gearbeitet. Dann wollte ich im MD, hab ich dann, äh, wir haben dann einen Schnelltest gemacht, der war logischerweise negativ, weil unsere Tests sind irgendwie scheiße, wir brauchen mal eine andere, äh, äh, viermal, die uns die gibt. Aber Fakt ist, wir haben dann, ähm, den tatsächlich, äh, zum, äh, Krankenhaus gebracht und da ist das Problem, dass, äh, ich glaube, der da Kontakt hat, weil die wollten alle auf einmal keinen Drogentest mehr machen. Ja? Bis ich, äh, wissen die tatsächlich. Ja, ne, die sind alle außer Dienst gegangen. So, und dann, äh, äh, hab ich mit einer Dame gesprochen und ich hab sie gebeten, dass sie das bitte nochmal kurz macht. Die wollte zum Verrecken dann nicht. Die hat mit mir länger diskutiert, als diese Abnahme des Drogentests überhaupt gedauert hätte. Ja? Und dann, ähm, hab ich irgendeine Verwaltung getroffen mit seiner Partnerin und der wiederum hat dann, die Partnerin hatte dann ein Sehen und hat das Ganze dann, äh, Gott sei Dank durchgeführt. Und ja, jetzt hat er die Aussage verweigert. Ja, nochmal. Ja. Also, ich hab da, ich hab... Haben sie das an den Chief Justice schon geschickt, oder? Ne, an die Staatsanwaltschaft Dias und die muss das ja auch weitermelden, ne? Die muss das ja nach oben geben. Äh, ne, das, äh, müssen sie sofort, äh, dem Chief Justice tatsächlich sein. Okay. An der Staatsanwaltschaftsordnung. Ja, ich leite da mal die E-Mail einfach weiter. Das ist ja kein Problem. Ja. Ähm, das muss sofort der, ja. Hm. Ähm. Ja. Ja, ich hoffe, der ist schon suspendiert, ne? Ich... Er ist ja noch nicht. Warum setzen die Leute aufs Amt, die denn... Wahrnehme. Hm. Ja. Ähm, die Sache ist die, äh, die Frau, äh, Dias muss es zwar melden, aber, ähm, die Frau Dias hat keine, ich sag jetzt mal, strafrechtlichen Befugnisse. Ne, ne, es geht mir aber darum, dass, es geht mir ja darum, dass die, ähm, das, ähm, weitergeben muss. Äh, ja, muss die definitiv. Aber ich glaube, die hat jetzt auch erst mal andere Sorgen. Ja. Deswegen ist es besser, bevor es untergeht, wenn es, wenn man es direkt an den Chief Justice schickt. Ja, ich muss mal weitergeleitet. Ähm, ja, so, bezüglich der Gesetze, also ich hab mir das mal durchgelesen, ja, ähm, im jetzigen Strafgesetzbuch, äh, können wir nur noch acht Paragrafen selbstständig abhandeln, äh, ähm, von, ich glaube, inzwischen 56 oder so. alles andere brauchen wir einen Staatsanwalt für. Ähm, ja, kann man sehen, wie man möchte. Ich sehe das, äh, einerseits ganz gut, andererseits finde ich, manche Sachen könnten wir auch selber machen, meiner Meinung nach. Beispiel? Ähm, ich suche Ihnen das gleich mal raus. Äh, so Sachen wie Nötigung, Missbrauch von Notrufen und so weiter. Äh, üble Nachrede, ja, das geht alles als Vergehen. Das heißt, da brauchen wir jetzt überall einen Staatsanwalt dafür, wenn ich die SCPO richtig verstehe. Ähm, weil die SCPO sagt, dass wir, äh, Ordnungswidrigkeiten behandeln können. Ja. Und die Staatsanwaltschaft sich um Vergehen und Verbrechen kümmert. Genau. Ähm, finde ich ein bisschen, ja, unnötig. Ja, die Staatsanwaltschaft wird zugebombt jetzt. Ja, also, so für kleinere Sachen, ja, Nötigung, üble Nachrede, ja, was faktisch eigentlich das gleiche wie eine Beleidigung ist, ja, äh, jetzt, wenn man es, ganz pragmatisch sieht und so weiter, finde ich halt schon, dass wir das eigentlich selber pandeln sollten. Ja, vielleicht, vielleicht können wir da nochmal den roten Stift mit der Staatsanwaltschaft, mit der Richterschaft, mit dem Chief Justice ansetzen, dass wir uns diese Kompetenz so ein bisschen zuschreiben, äh, weil üble Nachrede und sowas, das, ja, das kann man, also, ich hab, ich hab halt, ich hab halt ein bisschen Angst, dass die Staatsanwaltschaft wieder komplett, äh, zugepflastert wird und die gar nicht mit den relevanten Sachen hinterher kommen. Kürzlich. Also, wie gesagt, weil im Endeffekt müssen wir jetzt alles an die Staatsanwaltschaft fast melden, ja, ähm, wie gesagt, also, äh, äh, unterlassene Hilfeleistung, äh, Nötigungen, Missbrauch von Notrufen, die häufig sind, üble Nachreden, die häufig sind, Sachbeschädigungen, die auch sehr häufig sind und so, ne, ähm, kleinere Bedrohungen, sag ich jetzt mal, ja, das muss jetzt alles an die Staatsanwaltschaft, ne, äh, was einerseits natürlich cool ist, ja, weil man die Office entlastet, andererseits entlastet man sie auch wieder nicht, ja, weil, ähm, die vorgeladen werden, ja, nicht nur das, aber jetzt müssen die halt auch, äh, wieder die Akten schreiben, können das nicht selber machen, müssen wieder einen Staatsanwalt hinzuziehen und, 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 äh, kostet alles Zeit, ähm, da muss man halt mal gucken, ähm, wie sich das entwickelt, ich glaube, diese Sachen, ne, ähm, müssten, äh, müssten wir nochmal besprechen, glaube ich, weil ich glaube, das ist Quatsch dann für die Staatsanwaltschaft, wegen jeder üblen Nachrede und wegen jeder Nötigung, äh, einen Staatsanwalt brauchen, glaube ich, ist ein bisschen schwierig, ähm, aber ansonsten sieht das, soweit ich gesehen habe, äh, extrem gut aus, wir haben extrem viele Befugnisse dazubekommen, ja, äh, insbesondere sie als Chief auch, sage ich mal, oder als Behördenleiter, können einige Sachen jetzt wieder selber entscheiden, ne, zum Beispiel hier mit Informanten und sowas, ja, das ist jetzt wieder in ihrer Befugnis auch. Inwiefern? Können Sie das erklären? Naja, also sagen wir jetzt mal, ähm, äh, Sie sagen, äh, Miller, ja, zum Beispiel, äh, er soll, äh, da Informationen auftreiben, ja, ähm, ich gucke mir das nochmal an, ähm, also im Endeffekt ist es jetzt möglich, dass so, so Art, äh, Undercover-Operationen oder, äh, verdeckte Sachen wieder möglich sind, ähm, ähm, das ist aber abzugrenzen, ähm, nur weil, nur weil wir es, äh, nicht aktiv, in Anführungszeichen, verfolgen, ja, müssen wir es trotzdem verfolgen, ja, aber wir können da dann beim Chief Justice sagen, weil der kann die Straftat dann einfach fallen lassen, ne, ähm, also, so ungefähr ist das, also Sie können zum Beispiel jetzt sagen, ähm, äh, ähm, es geht vor allen Dingen um die Vorteilsgewährung und so, ähm, Sie können jetzt sagen, Sekunde, damit ich jetzt nichts Falsches sage, erst mal hier in dem neuen Gesetzebuch zurechtfinden, kann ja noch ein paar Wochen dauern, aber, ähm, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt, äh, 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 du hast dir aber dafür einen Tipp, wo eine Schusswaffe ist, ja, dann kannst du sagen, okay, ne, ähm, drück jetzt kein Auge zu, ja, so das nicht, aber du kannst halt sagen, ne, ähm, wir machen ja jetzt kein großes Ding drauf, ja, ja, verstehe, ähm, ähm, dann kann der Officer hier hingehen, ja, ähm, kann dann eine Fallakte öffnen, den Chief Justice schreiben, das ist die Fallakte, ne, der hat mir gesteckt, wo eine Schusswaffe ist, dafür will ich die fünf Joints, äh, beziehungsweise die zwei Joints nicht anklagen, ja, äh, oder verfolgen, ne, und der Chief Justice kann dann sagen, ja oder nein, ne, ja, okay, verstehe, es muss halt, die Kontrollinstanz dann auch gut ist, dass das noch über den Chief Justice läuft, ähm, weil ansonsten haben wir hier nur noch solche Sachen, ne, ich lass das fallen, ich lass das fallen, und so kommen sie auch nicht in unnötige Interessenskonflikten, äh, Konflikte, sag ich mal, ähm, die unnötig sind, sag ich, äh, oder beziehungsweise wo sie dann wieder bei der Staatsanwaltschaft antanzen müssen, ähm, und das nächste, was ganz cool ist, ist tatsächlich, ach so, wir können übrigens STVO-technisch können wir jetzt alles selber machen, ne, wir können sogar für 72 Stunden jetzt Führerscheine abnehmen, wir können illegale Tuning-Teile selber verfolgen, und, 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 okay, das ist cool, ja, das ist sehr gut, ähm, genau. Da können wir nämlich halt auch, äh, die Leute mal ein bisschen, ähm, ja, auf den, wissen Sie eigentlich, was aus dem Typ geworden ist, der, der mit dem, äh, ähm, schwarz-gelben Sportwagen, wo es die Anhörung gab vor Gericht? Ähm, äh, hab ich, hab ich leider keine Informationen mehr zu bekommen, ich denke mal, das hängt auch mit dem, äh, zusammen. Ja. ich muss jetzt gerade nochmal gucken, ähm, wo das war mit Chief of Police, äh, hier Vorteilsgewährung, ähm, paar Vorteilsgewährung, ja, ähm, das ist auch ganz gut, Sie können jetzt zum Beispiel einen Deputy erlauben, ja, oder einen Officer, ja, zur Informationsbeschaffung, ja, ähm, also wenn der jetzt einen Informanten hat, ja, und diesem einen Vorteil gewährt, ja, als Beispiel, ja, also mal ein Auge zudrückt oder so, können Sie als Chief sagen, ja, ähm, äh, ne, ist okay, ja, erlaube ich dir, ne, wichtig ist halt, dass er das, äh, beantragt bei Ihnen, ne, ne, also, äh, gleich wie beim Chief Justice, ja, äh, er muss jetzt kein großes Ding draus machen, den nicht sofort festnehmen oder sonstiges, ja, sondern, ne, das erstmal in Ruhe aufnehmen, ja, kann man ja im Gespräch machen, ohne dass die Leute das mitbekommen, dann müssen die Detektives halt auch ein bisschen smart dann sein, oder wer auch immer, wem sie das erlauben, ja, ähm, dann können Sie sagen, ja, ist okay, ne, den Vorteil darfst du dem gewähren. Okay, das ist sehr gut, aber ich werde das trotzdem immer weiterleiten an Chief Justice, damit ich da auch selber keine Probleme kriege. Ja, genau, das würde ich Ihnen empfehlen, aber wichtig ist halt, dass Sie da gleich eine klare Linie schaffen, ne, sobald jetzt alle Gesetze online sind, ähm, ich denke mal, das ist sowieso eher für die Detektives relevant, ja, ab und zu vielleicht mal für einen Officer, wichtig ist halt, dass Sie da ganz klar sagen, ne, wie es abzulaufen hat, wie Sie es haben möchten, dass da kein Blödsinn rauskommt. Ja, ich warte, bis alle Gesetze online sind, auch die neuen Drogengesetze und so weiter, wenn das alles fertig ist, dann kann man, kann man ja, dann ist ja okay. Ähm, die Regeln, die, äh, die Strafen bei einigen, ähm, Verkehrsregeln, sage ich jetzt mal, StVO-Vergehen wurden erhöht, tatsächlich, um, äh, teilweise ein paar hundert Dollar, ne, zum Beispiel, wenn Sie jetzt zu schnell im Stadtbiet fahren, über 20 MPH, äh, 21 MPH, können Sie da bis zu 1000 Dollar abkassieren, als Beispiel. Okay, okay, ja, manchmal ein bisschen schwierig, ähm, deswegen ist die Einzelstrafe für uns halt auch so irrelevant, weil wir würden da tatsächlich gar nicht hinterherkommen, das zu beweisen, ne? Ja, das Problem ist selbst mit einer Doppelstreife, ähm, es ist dieses, die wir haben, ja, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ähm, also, man hat sich da sicher irgendwas bei gedacht, ja, dieser Entwickler, dieser Ausrüstung, sage ich mal, ja, ähm, ähm, aber sie sind halt für den Praxisgebrauch nicht so gut, ja, wir brauchen dafür, teilweise funktionieren die nicht richtig, ähm, teilweise, äh, muss man dem eigentlich schon fast an der Stoßstange kleben, ja, was eigentlich faktisch unmöglich ist, damit man den überhaupt messen kann, und, und, also, teilweise funktionieren sie, teilweise nicht, ja, also, vielleicht kann man da nochmal mit, äh, keine Ahnung, wer das macht, Cyprus oder so, fragen, ob es da vielleicht andere Modelle gibt, die vielleicht für uns in Frage kommen, weil es gibt ja, ähm, einige Anbieter für solche Sachen, ja, weil, ähm, es ist zwar, also, die Grundidee ist gut, aber es ist nicht ganz so praktisch, wie es ist, weil, oft funktioniert es nicht, und dann ist man eigentlich nur unnötig frustriert, weil man, lebt dem eigentlich schon an der Stoßstange, aber man kann den trotzdem nicht messen, ja, gibt das mal weiter, aber, das ist ein guter Punkt, ja, weil, ne, ähm, wie gesagt, wir brauchen jetzt kein, äh, automatic, äh, license plate, reader oder sowas, ne, das, äh, muss jetzt nicht unbedingt zwingend sein, ähm, ne, so wie es in anderen Bundesstaaten ist, aber vielleicht, dass man da sich das nochmal anguckt, und damit beschäftigt, ähm, wie gesagt, Führerschein ist ein großes Ding, das war ja eins meiner großen Themen tatsächlich, was umgesetzt wurde, das freut mich tatsächlich, ähm, das, ähm, das wird auch wehtun den Leuten, äh, ja, ich weiß schon, was ich ab heute Abend mache, ne, wenn da irgendwer zu schnell am Stadtpark vorbei heizt mit 80, 90, dann, äh, hab da Lust drauf, ich stelle mich da auch jedem Richter hin, mach damit, definitiv, aber anders lernst du die Leute nicht, wie gesagt, man gibt denen 200 Dollar Strafe, ja, okay, hab ich in einer Stunde wieder verdient, ja, mach einfach weiter, wenn man sagt, naja, du gehst jetzt erstmal 24 Stunden zu Fuß oder so, ja, äh, dann tut das wahrscheinlich ein bisschen mehr weh, aber darf man das Auto dann auch beschlagnahmen? Ähm, darf man, tatsächlich, einzige, was wir momentan nicht haben, also das ist ja nicht einfach ohne Führerschein oder Fett? Ähm, ja, wir können das immer noch machen, wir können das nicht mehr im Ausmaß, wie es davor war, ja, also jetzt, äh, hier mit, äh, auch Fänden und so, vor Strecken, ähm, aber was wir jedoch machen können ist, ähm, wir können Führerschein, äh, schon mal einziehen, ja, für 72 Stunden, ja, sofern wir eine Maßnahme in Betracht ziehen bei der Staatsanwaltschaft, ja, ähm, wirklich einen Führerschein in Zug, ja, und den Führerschein lagern wir dann einfach hier im PD? Ja, was da halt gut ist, ja, ähm, wenn ich jetzt den Führerschein abnehme, kann ich sofort, zum Gericht fahren, ja, ich selber als Exekutivbeamter, brauche keinen Staatsanwalt mehr dafür, ja, also das werden die meisten Officern nicht nutzen, ich wahrscheinlich, äh, sehr viel jetzt in Zukunft, kann da hinfahren und sofort sagen, ich möchte das Schnellverfahren haben wegen dem Führerschein hier. Ja, sehr gut, okay. So verstehe ich das. Ja, verstehe ich. Also ich versuche das heute ein, zweimal, mal gucken, wie das funktioniert, läuft, äh, wie die sich das vorstellen, ähm, aber das wäre jetzt eine Möglichkeit, ne, also man braucht ja jetzt nicht mehr zwingend einen Staatsanwalt, wichtig ist halt, dass man, äh, wenn man halt wirklich den Führerschein, äh, temporär für mehr wie 72 Stunden haben will, ne, auch wenn man ihn, äh, also generell kann man das, diese 72 Stunden nur anwenden, wenn man ihm halt auch den Führerschein entziehen möchte, ne? Okay. Das heißt, man muss zwingend, äh, zu einem Richter fahren und sagen, oder vor Gericht fahren und sagen, ich möchte diesen Führerschein abnehmen, ja, man muss ja nicht immer, irgendwie jetzt, also ich kann den 72 Stunden beschlagnahmen, rein hypothetisch gesehen, des Gesetzes her, und wenn ich dann eine permanente Entziehung oder eine längere Entziehung brauche, fahre ich zum Gericht? Äh, das Gericht müssen sie so oder so darüber informieren, egal ob sie, ob das für 72 Stunden ist oder nicht, ja, aber das geht ja schnell, da reicht ja ein Anruf, ne, kannst ja anrufen, kannst sagen, äh, ne, ich will den und den Führerschein jetzt für 24 Stunden einziehen und die werden dir dann sicher sagen, was die von dir haben wollen. Ja, okay, okay. Ähm, wie gesagt, ich sehe das als sehr sinnig. Gutes Everly. Wie es dann in der Praxis aussieht, müssen wir natürlich noch ausprobieren. Aber, ähm, also da sind viele positive Sachen definitiv dabei. Check. Genau. Noch was Wichtiges, ja, Polizeigesetz haben wir natürlich auch ein paar neue Sachen dazu bekommen, ein paar Sachen sind besser definiert, ähm, Verhältnismäßigkeit steht endlich mit drin, das ist wichtig. Ähm, die Erkennungsdienstmaßnahmen sind jetzt, äh, genau, äh, die Vorladung sind jetzt, äh, genau drin und und und, also da sind viele coole Sachen mit dabei. Ähm, ich denke mal, äh, es ist nicht, äh, äh, nicht, äh, im Sinne momentan, dass ich jetzt schon Rechtsschulungen anbiete, ich glaube, ich muss da selber nochmal, mich noch mit beschäftigen. vor allem, wir müssen warten, bis ja alle, alle Gesetze da sind, da kommt ja noch einiges. ähm, genau, ähm, was wir machen können ist, ähm, ähm, wenn jemand sich weigert, seine Hafteinheiten anzutreten, ja, ähm, können wir ein Fahrzeug beschlagnahmen, bis er das getan hat, bis das vorbei ist, das können wir jetzt, bei offenen Geldbußen können wir nicht mehr ohne weiteres das, äh, einziehen, das finde ich auch okay, erst mal, weil wir haben dafür jetzt andere Möglichkeiten, ne? ähm, das bedeutet, wenn ich jetzt sage, sie sind, äh, äh, sie haben einen Haft, ähm, sie haben einen Hafttermin und er hält den nicht ein, kann ich praktisch hingehen und sein Auto mitnehmen, solange bis er es abgesessen hat. äh, genau, so verstehe ich das. so verstehe ich das tatsächlich, ähm, genau, ja, also, so ungefähr, äh, genau, okay, genau, also, äh, bis das vollständig abgesessen hat, ja, dann, dann müssen wir das Auto heute wieder freigeben, ne, sobald er fertig ist. Ähm, genau, äh, so, Sekunde, den Absatz 2 habe ich überlesen, gehen wir schon. Ah, okay, wir können auch, äh, bei fälligen Geldbußen das Ding in Verwahrung nehmen, Auto. Da müssen wir aber ein bisschen wegen der Verhältnismäßigkeit aufpassen. also, ähm, das, da gab es letztes Mal Probleme, deswegen wurde das Gesetz auch außer Kraft gesetzt. Wenn jetzt jemand nur 500 Dollar hat, können wir ihm natürlich nicht seine Luxuskarre wegfinden. Das geht natürlich nicht. Also, da müssen wir ein bisschen auf, dass wir es nicht bleiben. Weil ansonsten wird er uns das wieder streichen, denke ich mal. Ja, da musst du auf jeden Fall ein gesundes Mittel her, sonst, äh, machen wir uns selber Probleme. Also, wenn da jemand wirklich sehr penetrant ist und der da im Anzug steht mit der goldenen Rolex, der will seine Geldstrafe nicht zahlen, dann ist die Sache klar, ne? Ja. Aber haben wir ein Mittel und Weg, dass wir überprüfen können, ob jemand das Geld auf sein Konto hat oder nicht? Ich wirklich, aber es ist eher ein bisschen gesunder Menschenverstand, glaube ich, wenn ich jetzt in einem sozial schwachen Gebiet bin, South Los Santos zum Beispiel, jetzt nicht rassistisch gemeint oder so, dann ist klar, dass der vielleicht jetzt nicht unbedingt 5.000, 6.000 Dollar rumfliegen hat. Was ich meine? Ja. So, ne? Wenn ich jetzt irgendeinen reichen Typ in Weinwood anhalte und der sagt mir, der kann 200 Dollar nicht zahlen, dann ist die Sache relativ klar, ne? Ja. Da kommt es auch ein bisschen auf die Menschlichkeit an, ne? Also, mit Maß und Ziel alles. Aber ich denke, ich habe da momentan eigentlich wenig Probleme bei den Officern. Also, die meisten haben es langsam verstanden, wo die Reise hingeht, glaube ich. Also, durchgreifen, wenn notwendig und nett sein, wenn nix. Aber gucken wir mal, ich bin nicht so viel draußen, also, das ist eher nur so eine Schätzung. Gut, dann belästige ich sie nicht. Oh, weiter und da hat geschrieben. Haben wir geschrieben? Guck mal bitte auf Twitter, Leute. Äh, die Schadenssumme beläuft sich auf 1,5 Millionen. Äh, eine Million. Ja, dann machen wir trotzdem 1,5, wenn das Ding so viel wert ist. 1,5 Millionen? Ja. Ist der Schaden. Also, das heißt, die wollen eine Million. Aber, äh, ja. Ja, was wir machen können, ich werde 1,5 anbieten, wenn er dafür als, äh, geschädigter, äh, äh, das Strafverfahren nicht weiter anstrebt. Das können wir anbieten. Und wie sollen 1,5 durch 6? Äh, 2,5, äh, 250.000. Ich vergebe übrigens auch Kredite zu günstigen Zinsen. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab ja nichts damit zu tun. Das müssen die Officer schön unter dann ausmachen. Apropos Kredite und so weiter. Ähm, die Sache mit Wallis Brause ist ja auch noch offen, oder? Ja, da muss ich mich drum kümmern, dass ich, ähm, ich wollte mich jetzt mal mit dem Unternehmen noch mal beschäftigen, um zu gucken. Äh, und dann wollte ich mich mit Mofag treffen und so weiter. Ja, ja, das ist aber aktuell. Also, äh, Kuskela und ich haben alles fertig, Konzeptmappe und so weiter. Wir haben das Geld, sobald sie wollen, sind wir bereit. Okay, dann werde ich mal mit Mofag nochmal einen Termin machen und dann kriegen wir das bestimmt schon hin. Ja, also, Kuskela als stiller Gesellschafter, mehr oder weniger, ne? ähm, ähm, und ich und, äh, also ich will mit der Firma tatsächlich kein Gewinn erzielen. Ähm, ich drehe alles an Kuskela ab, also mein Gewinn auch oder mein Anteil. Das kann alles Kuskela dafür haben, dafür hat er kein Stimmrecht, äh, nur bei größeren Investitionen. Und ich will, äh, so viele Arbeitsplätze wie möglich schaffen, tatsächlich in der Firma. Ähm, erst mal. Guter Einwand. Also, das ist so passiert. Also, ich möchte, äh, zum Schluss, äh, wünschenswert so in meinem Kopf wären, so bis zu 30 Stellen oder Arbeitnehmer. Dankfristig. Aber halbes Imperium, das Unternehmen. Ja, natürlich. Also, Struktur am Anfang schaffen, ne? Also, ich möchte die Firma auch in Anführungszeichen nicht selber führen, sondern ich stelle da dann halt ein, äh, 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 Chief Operating Officer ein und einen, äh, Chief Financial Officer, ja? Ja. Die sollen das Ding führen, ja? Und, äh, wenn sie was brauchen, sollen die zu mir kommen. Ich gebe, ich pumpe eigentlich nur das Geld rein. Und die können dann damit machen, was sie wollen. In Anführungszeichen. Ne? Also, ich gebe die Linie vor, aber die können dann damit arbeiten, wie sie, das sind von der, will das halt, äh, relativ groß ausziehen, auch, äh, viel mit Sponsoring und, 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 also. Ich bin gespannt, Herr Tanaka, was sie daraus machen. Ich habe leider die Zeit nicht mehr. Natürlich, ja. Also, so gern ich, äh, ja. Ach. Äh, spätestens, äh, sechs Monate, nachdem ich das Unternehmen, äh, übernommen habe, verspreche ich ihnen, dass sie überall in der Stadt nur noch Werbetafeln von Wallis Brauser sehen, mit ihrem Gesicht drauf. Ja, und wahrscheinlich alle kaputt geschossen. Ist ja egal, aber sie sind da. Ja, das stimmt. Haben sie, äh, gerade was zu essen, Herr Tanaka? Äh, ist halt, Dankeschön. Ist halt, äh, Er verkauft sich ein bisschen unter ihrem Wert, ne? Ja, aber wir sind ja auch kein, also, es tut mir wirklich leid, wir sind ja auch kein, kein Puff hier, wo man, äh, sagt, äh, ein Officer nach dem anderen darf über mich drüberrutschen. So, das ist halt, so hat das Klingeln, das tut mir auch leid, wenn ich das so direkt sage, aber so haben die das gestern Abend mir halt auch verkauft. Ja? Äh, pff. Ja, mal gucken, wann sie in den Dienst kommt. Gut, da gehen wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr. Aber gut, Herr Tanaka, ich, äh, bin jetzt auch mal auf Toilette. Dann haben wir alles besprochen. Super, ich danke Ihnen, wenn Sie die Bestellung raushauen, hauen Sie mich bitte in CC, also mich persönlich. Ich schicke Ihnen das vorher. Also, Sie können dann nochmal drüber gucken und sagen, ja, nein, weil ich glaube, viele Sachen davon müssen wir ja nicht nachbestellen, so an Markviktor oder so, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt notwendig ist. Aber das können Sie sich dann in Ruhe angucken, können sich da Gedanken machen, wie Sie es haben wollen, und dann können wir es nochmal anpassen und dann erst, wenn Sie okay geben, weil das übersteigt meine Kompetenzen. Wir reden hier über höhere fünfstellige Beträge. Da bin ich raus dann. Also, das sollen dann bitte Sie entscheiden, zusammen mit Frau Marshall oder wem auch immer. Na gut, alles klar. Check. Ich danke Ihnen, Herr Tanaka, ja? Bin ich erst mal weg. Ja, machen Sie sich einen Feierabend. Bis später. Ich war noch nicht so lange da, tatsächlich. Ja, aber würde Ihnen auch mal gut tun. Ich war jetzt drei Tage nicht da. Achso, ja, dann raus auf die Straße mit Ihnen. Ja, das mache ich. Ich setze mich heute Abend in den Anmarkt und stelle mich an den Stadtpark. Dann werden Führerscheine eingezogen. Okay, let's go. Du hast den Führerschein auf Ihrem Schreibtisch, Chief. Okay, ich bin gespannt. So, Friedi, gehen wir jetzt Pipi machen? Musst du die Flöte leeren? Pipi 69, Funkcheck. Wir hatten gestern ganz kurz das Meeting. Wissen Sie, was das Schöne an einem vollen LSPD ist? Dass man sich nicht vorstellen kann, wie es aussieht, wenn es leer wäre, weil sie auf Streife wären. Naja, denken Sie mal drüber nach. Könnten Sie mich eventuell abholen? Ja. Der F-Tower, der muss mal kurz raus. Aber das mit den Gesetzen für die Detectives ist ja Ultrasick. Frieda, Frieda, gehst du da weg? Du hast doch eine Meise. Geh von dem PC weg. So, wie lange geht der Stream heute? Mal gucken. Schon noch lange. Also, wir sind jetzt erst bei vier Stunden. Genau. Und Leute, danke für 4.666 Subs. Und für 65 Subs heute. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Dankeschön, dass ich das hier dank euch machen kann. Ja. Die Subgoods kennt ihr. Wenn wir 5.000 erreichen, machen wir nächsten 12er. Das ist ja aktuell der Plan. Ja, ich bin in zwei Minuten wieder da. Leute, könnt ihr mal bitte mir einen Gefallen tun. Einmal Doc W. auf Twitter retweeten. So. Ich bin kurz mit dem F-Tower mal draußen, Leute. Ich komme so weit wieder. Eine Minute, ja? Dann bestellen wir aber zu essen. Leitstelle für die 76. Die PD80, man nimmt die Leitstelle vom PD. Die PD-Leitstelle hört. Die PD-777. Würde mich der 405 anschließen? Ja, checktun Sie das. Erstmal kann sein, dass Sie gleich noch gelöst sein. Okay. Okay, 60. Die 76, bleiben Sie hier. Sie bekommen einen Streifenpatter. Check. 405 aktiv Richtung Little Crustenberg Dispatch. 405 bilatschut. 405 bilatschut. 405 bilatschut. 405 bilatschut. 405 bilatschut. Können Sie sich ganz kurz briefen, was es dort ist? Die Info hat gerade einen Anruf bekommen, dass da ein Camper sehr unwirklich auf der Straße steht. Das schauen wir jetzt einmal an und schauen, ob wir da eventuell aufsetzen können. Komm. Ja, check. Ja. Ja. Pedaletralkic. 405, 1020 Klassenberg Dispatch. Jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 4.05 wieder aktiv 2.05 wieder aktiv 3.05 wieder aktiv 3.05 wieder aktiv 3.05 wieder aktiv 4.05 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 wieder aktiv aktiv 4.05 wieder 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 aktiv 1.05 wieder aktiv 4.05 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 wieder aktiv Ja, aber das ist 4.05 wieder aktiv 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 aktiv 4.05 wieder aktiv 4.05 wieder aktiv 1.05 wieder aktiv 4.05 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 wieder aktiv Sobald ich 4.05 wieder aktiv 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 5.05 wieder aktiv 5.05 wieder aktiv 4.05 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 wieder aktiv 5.05 wieder aktiv 4.05 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 wieder aktiv 5.05 wieder aktiv 4.05 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 wieder aktiv 5.05 wieder aktiv 4.05 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 wieder aktiv 5.05 wieder aktiv 4.05 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 wieder aktiv 5.05 wieder aktiv 4.05 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 wieder aktiv